Viele von euch werden sich erinnern wahrscheinlich an die Massen von Pollen, die sich vor ein paar Wochen über das Land gelegt haben. Das waren hauptsächlich Fichtenpollen. Die Fichte blüht normalerweise alle drei bis vier Jahre, in den Bergen alle sieben Jahre ungefähr. Jetzt hat die Fichte drei Jahre hintereinander geblüht. Wenn sie das macht, nennt man das Angstblüte. Und das macht sie, wenn es zum Beispiel Trockenstress gibt, damit noch möglichst viele Nachkommen in die Welt gesetzt werden, bevor die Bäume selber diesem Trockenstress zum Opfer fallen. Wer von euch in die Berge fährt, in die hohen Berge zum Skifahren, wird noch genügend Schnee vorfinden. Aber in den niedriger gelegenen Skigebieten, die tun sich schon schwer mit Schnee. Und im Flachland waren die letzten Winter überhaupt extrem schneearm. Zumindest im Vergleich zu dem, was ich aus meiner Kindheit in den 80er Jahren kenne. Warum erzähle ich das Ganze? Der Klimawandel läuft vor unseren Augen ab. Wir können ihn beobachten. Und er ist auch jenseits unserer persönlichen Beobachtungen, die ich gerade berichtet habe, messbar und vorhersagbar. Und er ist eine direkte Konsequenz unseres Handelns. Und er wird wahrscheinlich die größte Herausforderung sein, der sich die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten stellen muss. Jetzt gibt es Leute, die den menschgemachten Klimawandel abstreiten. Sie nennen sich Klimawandelskeptiker, was irreführend ist, weil sie nicht auf wissenschaftlicher Basis argumentieren. So wie wir Skeptiker das machen. Ein passender Begriff wäre deswegen Klimawandelleugner. Darum wird es heute auch ein bisschen gehen. Vielmehr jedoch wird es darum gehen, um das Spannungsfeld zwischen Klimawandel und Bevölkerungswachstum. Und wo in diesem Spannungsfeld die Handlungsspielräume der Menschheit liegen. Für dieses Vortragsthema haben wir uns eingeladen den Vorsitzenden unseres Skeptikervereins, der GWOP, Amadeo Sama. Amadeo ist in Deutschland geboren, aber in Indien aufgewachsen. Er hat sich sehr früh schon für Naturwissenschaften interessiert und dieses Interesse wurde auch von seinem Großonkel dritten Grades gefördert. Chandra Shikara Venkata Raman. Kennt ihr sicher alle. Also zumindest die Chemiker und Physiker unter euch sollten ihn kennen. Er war niemand geringerer als der Entdecker der bekannten Raman-Streuung und Nobelpreisträger des Jahres 1930. Amadeo hat in Indien in Neu Delhi Elektrotechnik studiert, dort ein Pakulaureat gemacht. Später dann an der Technischen Hochschule Darmstadt ebenfalls Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik studiert, mit einem Diplomingenieur abgeschlossen. Heute arbeitet er bei NEC Laboratories Europe in Heidelberg und ist dort in leitender Funktion tätig zu den Themen Sicherheit und Internet der Dinge. Er ist wie gesagt Vorsitzender der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Aber nicht nur das, er ist auch noch Fellow und Mitglied des Exekutivkomitees des Committee for Skeptical Inquiry und Vorstandsmitglied des European Council of Skeptical Organizations. Als Skeptiker interessiert er sich besonders für wissenschaftliche Methode und mögliche Fehlerquellen, für das Turiner Grabtuch, Wünschelruten und Erdstrahlen, Homöopathie und in letzter Zeit eben auch für Klimawandel und die grüne Gentechnik und Gegenstrategien zum Klimawandel. Herzlich willkommen bei uns in Wien, Amadeus Sammer. Ein Punkt noch, bevor ich das Mikro übergebe, unsere Spendenboxen, mein traditioneller Hinweis. Wir bezahlen von euren Spenden die Reise- und Hotelkosten für die Vortragenden. Wir laden sie auf ein Abendessen ein hier. Wir bezahlen die Werbung auf Facebook und die Poster. Das ist natürlich alles nicht gratis. Mit eurer Spende unterstützt ihr unseren Einsatz für Wissenschaft und Aufklärung und gegen Pseudowissenschaft und Esoterik. Und ja, wir hoffen, dass euch das ein bisschen was wert ist. Wir hoffen, dass ihr wieder den einen oder anderen Zettel einwerft. Und wir sagen auf jeden Fall herzlich Danke. Bitte um den Vortrag. Amadeu. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diese freundliche und auch sehr lange Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und das Thema liegt mir auch besonders am Herzen, auch weil es, wie auch schon gesagt worden ist, ich denke, einer der allergrößten Herausforderungen ist, die wir im Moment haben. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht etwas auch zu, wo wir heute stehen in der Welt. Also wenn wir jetzt sehen, wo wir vor 200, 300, 400 Jahren waren und das ist auch mit Verdienst von Hans Rosling, der große Kommunikator, der leider letztes Jahr auch gestorben ist, der gezeigt hat, dass es uns auch in vielen Bereichen viel besser geht, als viele es in allgemein wahrnehmen. Und das sieht man ja auch an einigen Statistiken. Und vieles, was er gemacht hat, ist nicht nur weitergeführt worden im Bereich durch seinen Sohn und seine Schwiegertochter, sondern es ist auch von Max Roser und AOL den World in Data. Das hängt auch sehr stark miteinander zusammen, wo Daten gesammelt werden, über wie die Erde jetzt im Moment steht. Da findet man im Übrigen auch einiges zum Thema Klima dort. Wir sehen hier, dass einiges sich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Die Lebenserwartung hat sich dramatisch erhöht. Heute ist ein Kind, das in Neu Delhi oder in Vietnam irgendwo geboren wird, hat eine höhere Lebenserwartung als der reichste Mann oder die reichste Frau von vor 200 Jahren, vor 150 Jahren. Also wir sind eine ganze Menge weitergekommen und auf das Bevölkerungswachstum selbst und die Ursachen dafür werde ich nicht so stark im Detail eingehen. Aber hier ist eine sehr gute Übersicht, was passiert ist über die letzte Zeit. Wir hören ja sehr viel von einer Bevölkerungsbombe, als würde das Exponential auf ewige Zeiten jetzt weitergehen. Aber wenn wir tatsächlich beobachten, was passiert, sehen wir, dass die Bevölkerungszahl zwar gestiegen ist, aber dass die Wachstumsraten der Bevölkerung reduzieren sich immer mehr. Also das heißt, wir sehen, dass die Wachstumsraten nicht mehr so hoch sind und dass wir uns vermutlich eher stabilisieren werden. Aber auch ein Vorteil, den wir jetzt erreicht haben im Bereich der extremen Armut, wenn wir das vergleichen von vor 200 Jahren, sehen wir das sogar in absoluten Zahlen, obwohl wir sehr viel mehr Menschen sind, gibt es weniger Menschen heute in absoluter Armut, die nicht Zugang zu Wasser, zu Nahrung haben, als es in der Zeit gegeben hat. Damit will ich nicht sagen, dass nicht immer noch in der relativen Armut eine Menge zu tun ist. Das ist noch sehr viel zu tun. Aber das geht nur, indem wir bestimmte Dinge nutzen, auch die uns zur Verfügung stehen. Und wir können auch die Frage stellen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir heute in einigen Punkten sehr viel besser stehen, als wir es für 200 Jahre sind. Das gehört auch zu der Geschichte. Und das erste ist die industrielle Revolution. Dadurch haben wir alle mehr Energie zur Verfügung, dass wir hier überhaupt Licht haben in der Nacht. Das kommt daher, wir haben viel mehr Energie zur Verfügung. Wenn wir schauen, ein Mensch verbraucht so in etwa 100 Watt und wenn man früher nicht reich war, dann war das das Einzige, was einem zur Verfügung stand, seine eigene Kraft. Teilweise musste man seine eigene Kraft auch als Sklave oder als Untergebener irgendwo einen Teil davon abzwacken. Heute haben wir quasi durchschnittlich 24 auf der Welt, 24 Energiesklaven, die sozusagen für uns mitarbeiten. Also diese Energie, diese industrielle Revolution hat uns vieles gebracht, was unser Leben erleichtert. Wir haben Kühlschränke, wir müssen nicht selber unsere Wäsche waschen. Waschmaschinen sind noch nicht alle auf der Welt, die das haben. Aber es hat uns eine ganze Menge Vorteile gebracht. Das zweite war die medizinische Revolution, wodurch auch die, wodurch Krankheiten besiegt worden sind. Wir haben Impfungen, da gibt es ja auch die Diskussion immer wieder von den Impfgegnern, die vergessen haben, was früher passiert ist. Viele Krankheiten, die früher gang und gäbe waren, sind verschwunden. Und als letztes, und das hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass die Wachstumsraten bei der Bevölkerung gesunken ist, die grüne Revolution, dadurch sind nicht, wie einige behauptet haben, 100 Millionen Menschen in Südasien verhungert, sondern die Lebensmittelproduktion ist durch die grüne Revolution stärker gestiegen als die Bevölkerung. Und viele Länder, die damals sich nicht versorgen konnten, können sich heute selber versorgen. Und das hat alles mit dazu beigetragen, auch im Sinne der Bevölkerung, dass die Bevölkerungswachstumsraten dramatisch zurückgegangen sind. Wenn wir Länder sehen wie Bangladesch, die hatten vor 30 Jahren pro Frau so in etwa sechs bis sieben Kinder. Heute ist es fast auf zwei heruntergekommen. Länder wie Thailand oder Iran, wo man das nicht erwarten würde, da ist auch die Geburtenrate unter zwei schon gefallen. Also das heißt, die Bevölkerung wird noch wachsen und wir haben ein Problem damit. Aber wir müssen sehen, dass wir nicht die Dinge, die uns dazu gebracht haben, dass die Bevölkerungswachstumsraten abgeflacht sind, dass die auch aufgegeben werden. Es gibt durch diese Dinge eine ganze Menge Abhängigkeiten. Ich habe das hier so dargestellt, wir haben den Menschen Energie mit der industriellen Revolution, habe ich angesprochen. Die Nahrungsmittelproduktion, das mit der grünen Revolution und so weiter. Gesundheit, das sind alles Dinge, die dazu führen, dass die Menschen sich wohlfühlen und vielleicht auch nicht so Angst haben müssen, dass ihre Kinder nicht mehr überleben. Gleichzeitig haben wir allerdings das Problem, dass nicht alles, was wir tun, für die Umwelt gut ist und dass es auch mit einem Kostenfaktor kommt. Und wir müssen diese vernünftig aufgreifen und sehen, was passiert da und was kann man dagegen machen, ohne das, was wir heute erreicht haben, auch aufs Spiel zu setzen. Ein Zurück zur Natur würde heißen, wir gehen zurück in einer Zeit, wo Menschen 40 Jahre alt geworden sind oder wo man damit rechnen müsste, dass von sechs Kindern vier sterben werden. Ich werde heute hauptsächlich sprechen über das Thema Umwelt und Klima vor allem im Zusammenhang mit Energie und das mit der Bevölkerung spielt eine Rolle, aber das ist nur hinsichtlich der Frage, wie viele Menschen werden wir sein insgesamt auf der Welt, die wir in einem angenehmen Leben halten und bringen müssen. Die Herausforderung ist, wir sind heute sieben Milliarden Menschen und so wie die Statistiken im Moment aussehen, wird es sich ungefähr bei elf bis zwölf Milliarden Menschen einpendeln um das Jahr 2100. Und das heißt, wir haben das, was wir an Menschen mit Ernährung haben, aber auch mit der medizinischen Versorgung, vor allem, wo es heute geht um die Versorgung mit ausreichend viel Energie, haben wir ein größeres Problem, als wir heute haben und dennoch müssen wir die Probleme bearbeiten. Und meine These ist, wir sollten nicht so tun, als okay, wir können alles wieder runterfahren und dass wir es den Menschen in Asien oder Afrika zumuten müssen, selber ihre Wäsche zu waschen und wirklich lange Wege zu gehen, bis sie Wasser holen und so ähnlich. Wir brauchen einen gewissen Lebensstandard, den wir weltweit haben und das heißt, wir werden auch neben der Frage der Ernährung und der medizinischen Versorgung mehr Energie verbrauchen, mehr Energie brauchen. Und fossile Energien waren Teil der industriellen Revolution und man sollte nicht vergessen, dass auch die fossile Verbrennung mit dazu beigetragen hat, dass unsere Lebenserwartung oder auch unser Lebensstandard inzwischen besser geworden ist. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, weil wir auch sehen, dass es Nebenwirkungen gibt, also können wir so weitermachen und das wurde ja auch am Anfang sehr schön erläutert, das sind auch Folgen unseres Tuns, die wir heute schon spüren. Und das wird der erste Teil meines Vortrages sein, was ist denn das mit der globalen Erwärmung, woher kommt das und ist es denn wirklich eine langfristige Geschichte, mit denen wir zurechtkommen müssen oder ist es etwas, was jetzt nur kurzfristig einen kleinen Höhepunkt erreicht und dann vielleicht später alles wieder besser wird. Und hierzu muss man sagen, dass in dieser Richtung es schon seit einiger Zeit Wissenschaftler gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es ist nichts, was jetzt von der grünen Umweltbewegung 1980 oder 1990 erfunden worden ist, sondern das ist etwas, was wir aus der Wissenschaft schon sehr lange mitarbeiten. Jean-Baptiste Fourier hatte als erstes diesen Treibhauseffekt überhaupt erkannt. Dann kam später John Tyndall und ich werde noch ein bisschen mehr zu ihm sagen, weil er hat herausgefunden, welche Gase sind es denn eigentlich, die diesen Treibhauseffekt auslösen, welche nicht. Dann später kam Svante Arrhenius, der auch sehr häufig auch zitiert wird in Diskussionen um Klima. Der hatte damals mit einfachen Mitteln versucht herauszurechnen, was passiert denn eigentlich, wenn der Kohlendioxidgehalt sich verdoppelt. Das ist sogar sozusagen das, was man heute Klimasensitivität nennt. Und er kam darauf, dass man eine Erhöhung von etwa fünf bis sechs Grad bekommen würde, wenn sich der Kohlendioxidgehalt verdoppelt. Und man muss sagen, dieser langfristige Level von CO2 waren 260 bis 280 parts per million, Teile pro Million, für eine sehr lange Zeit im Holozehn. Also im Holozehn sind die letzten 10.000 Jahren, wo wir eine relativ stabile, wo wir stabile Klimaverhältnisse gehabt haben. Und dann muss man auch nennen, Charles David Keeling, der hatte in Hawaii angefangen, auch tatsächlich CO2-Werte zu messen. Ist es nur etwas, was wir mit der industriellen Revolution und mit der Kohleverbrennung uns vormachen? Oder ist es etwas, was tatsächlich passiert? Ändert sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre? Und bevor wir darauf eingehen, das sind die Gase. Man hat herausgefunden, welche Gase dazu führen, dass es einen Treibhauseffekt gibt und welche nicht. Im Wesentlichen sind die Gase, die keinen Treibhauseffekt auslösen, diejenigen, die einfache Atome sind oder einfache Moleküle, symmetrische, und die keinen nicht so leicht angeregt werden durch Strahlung, dass sie Energie aufnehmen und dann wieder abgeben. Und die Treibhausgase, die wir heute kennen, sind die asymmetrischen oder die komplexeren Moleküle. Wir haben Kohlendioxid, aber auch Kohlenmonoxid ist ein Treibhausgas. Methan, Stickoxide, Wasserdampf, Ozon, Fluorchlor, Kohlenwasserstoffe zum Beispiel ebenfalls. Und Wasserdampf ist zwar auch ein sehr starker, sogar viel stärker als Treibhausgas wirkt es viel stärker, aber das ist etwas, was sehr schnell wieder ausgewaschen wird von der Atmosphäre und spielt auch eine Rolle, weil es den Effekt von CO2 ebenfalls verstärkt. Nun könnte man zur Frage kommen, wie sähe denn die Erde aus, wenn sie keine Atmosphäre hätte, also wenn sie sozusagen ein nackter Planet wäre. Das kann man sehr einfach ausrechnen mit der Einstrahlung und mit der Stefan-Boltzmann-Gleichung. Und wenn man das tut, kommt man auf eine berechnete Temperatur durchschnittlich von minus 19 Grad. Wenn man das aber tatsächlich ausrechnet, dann sind es etwa plus 15. Also haben wir einen etwa 34 Grad Unterschied und das sieht man besonders stark auch zum Beispiel auf der Venus, wo die berechnete Temperatur sogar geringer ist als auf der Erde, aber die wirkliche Temperatur bei 450 Grad liegt. Das sind sozusagen die Effekte, die durch die Treibhausgase ausgelöst werden und wir sollten natürlich alles tun, um einen Effekt, wie es auf dem Venus jetzt passiert ist, wo fast 100 Prozent CO2 ist, dass wir das nicht erreichen wollen. Und da gab es auf der Venus zum Beispiel einen sogenannten Run-Away-Effekt, wo der CO2, wo der Wasserdampf quasi immer weiter in die Atmosphäre gekommen ist, aufgesplittet worden ist und Wasserstoff ging davon weg und da ist im Prinzip nichts vom Wasser übrig und Kohlendioxid ist immer stärker geworden. Jedenfalls ist das eine Situation, die wir eigentlich auf der Erde nicht haben wollen. Und was die tatsächliche, auch mit politischen Auswirkungen, was es zu tun hat hier ist, dass es schon früh auch Berichte gab, was passiert denn eigentlich? Man hat die Wissenschaftler zusammengebracht, um zu sagen, was passiert mit der derzeitigen CO2-Erwärmung und da gab es einen Bericht schon Ende der 70er Jahre 1979 von Jules Gregory Charney, der sogenannte Charney Report. Das war die erste offizielle wissenschaftliche Bewertung in den USA. Was passiert denn eigentlich, wenn wir so weitermachen, wenn CO2 immer mehr in die Atmosphäre geht? Und da war interessanterweise, kam er zu einer Zahl, die sehr ähnlich ist, etwas niedriger als das, was Vanta Arrhenius gemacht hat, dass geschätzt wurde, dass es in etwa um 3 Grad steigen wird mit einer Unsicherheit von ±1,5 Grad und dass das durchaus ein Problem sein kann für die Zukunft, gerade wenn man sieht, wie die Kohlendioxidwerte sich ändern. Und das sieht man hier. Seitdem angefangen worden ist, auf Hawaii diese Messungen zu machen, sieht man, wie sich der CO2-Gehalt sich verändert hat. Ich erinnere ja daran, dass diese langfristige Mittel in der Holocene zwischen 260 und 280 parts per million waren. Und jetzt ist es seit kurzem, seit ein paar Jahren dauerhaft über 40 parts per million. Wir kommen also sehr schnell zu dem Bereich, wo es 3 Grad mehr Wärme geben wird irgendwann, wo eine Verdopplung stattfindet, wenn wir bei etwa 560 sind. Das ist schon mehr als die Hälfte jetzt erreicht. Und hier sieht man auch, wie das aussieht, wenn man vergleicht, was war es denn in der Zukunft. Das ist ja schon etwas Außergewöhnliches, wie wir es heute haben. Die 400 waren in den letzten 10.000 Jahren überhaupt nie erreicht worden. Das war eine sehr stabile Zeit, wo die CO2-Werte ziemlich gleich gewesen sind. Und viele sagen auch, dass die gleichmäßige Temperatur und die Verhältnisse auf der Erde mit dazu beigetragen hat, dass die Menschen sich überhaupt niedergelassen haben, Landwirtschaft betrieben haben und so, dass das einen Zusammenhang gibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir noch weiter zurückgehen, 800.000 Jahren, sehen wir auch, dass es in der Vergangenheit eine instabilere Klima gegeben hat, wo es mehr Veränderungen gegeben hat mit Eiszeiten und Wärmeperioden, die sich abgewechselt haben. Und wir drohen jetzt wieder in eine ähnliche Situation zu kommen, allerdings nicht in Richtung Eiszeit, sondern genau in die andere Richtung. Und wenn man jetzt auch tatsächlich sagt, okay, ist es aber so tatsächlich, dass auch sich nicht nur irgendwann die Temperatur auf 3 Grad sich einpendelt bei einer Verdopplung des CO2-Gehaltes? Oder ist es etwas, was wir schon jetzt messen können? Ich kann mich erinnern an die ersten Diskussionen, die ich mit meinem Bruder hatte, der sich schon viel früher für dieses Thema interessiert hat als ich. Und mein Argument war damals nicht, dass es nicht passieren wird, dass es wärmer wird, sondern dass die Erde ist ja sehr träge und ist ja so massig, sodass bis so ein Effekt sich einstellt, wird es hunderte, vielleicht tausende von Jahren dauern. Aber ich glaube, das ist genau das, was die Messungen zeigen, dass es nicht der Fall ist. Diese Veränderung kommt sehr viel schneller zu Gange, als viele es erwartet haben und was für uns auch ein Problem wird, weil wir schneller reagieren müssen, als wenn diese Temperaturerhöhung vielleicht in 500 Jahren kommen würde. Dann könnte man immer noch sagen, dann haben wir noch Zeit, um irgendwie CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszuziehen, um die Sache zu stabilisieren. Aber es ist relativ klar, es gibt eine gleichmäßige Bewegung, wenn die CO2-Werte steigen, steigen auch die Temperaturen und das zeigen auch alle Messungen von der Vergangenheit, von der Erdgeschichte, dass diese zusammengegangen sind. Nicht immer kam die CO2-Erhöhung zuerst, manchmal war es umgekehrt, aber trotzdem finden diese zwei Variablen, wenn man so will, in einem gewissen Gleichgewicht. Und was man jetzt auch heute auch weiß, ist, weil man ja messen kann, was es denn für tatsächliche Einstrahlung in die Erde von der Sonne reingeht, also dieses Gleichgewicht mit dem Stefan-Boltzmann-Gleichung oder auch was wird abgestrahlt an Infrarotstrahlung, was kommt rein als Licht, dann sehen wir, dass es auch Effekte gibt, die die Erde kühlen, zum Beispiel die Vulkane. Wenn es einen Vulkan gibt, gibt es auch kurzfristig eine Abkühlung der Erde. Es gibt viele natürliche Prozesse, die das beeinflussen. Es gibt Einflüsse auch, wenn die Sonneneinstrahlung, das ist auch nicht immer gleich. Und das verändert einiges auch. Und es gibt eine ganze Menge unterschiedlicher Faktoren. Wenn es mehr Eis gibt, wird mehr Licht reflektiert. Also hat es auch einen Einfluss auf dieses Gleichgewicht. Jedenfalls, was man heute weiß, ist, dass messbar wir mehr Energie aufnehmen, als wir abgeben, sodass wir uns aufwärmen. Und dieses Ungleichgewicht ist etwa 2 Watt pro Quadratmeter. Und solange das nicht auf Null geht, zumindest durchschnittlich über einen längeren Zeitraum, dann werden wir eine Situation haben, wo die Erde sich weiter aufwärmt. Und es wird häufig auch gesagt, dass wer manche sogenannte Klimaskeptiker, die wir es Klimawandelleugner nennen, liest, die sagen, naja, das hat was mit der Sonneneinstrahlung zu tun. Und je mehr Sonnenlicht es gibt, desto mehr wird die Temperatur sich erhöhen. Aber wir können das ja auch messen. Und wir sehen ganz klar, wir sollten eigentlich jetzt eine Abkühlung haben, wenn es so um die Sonneneinstrahlung geht. Aber die Temperaturen steigen trotzdem. Und was es dazu gibt, ist natürlich, wenn die Erde sich aufwärmt, gibt es auch Änderungen im Meeresspiegel. Der steigt seit einiger Zeit an. Und dazu gibt es verschiedene Effekte. Es muss noch nicht so sein, dass die Gletscher abschmelzen oder dass die Antarktika schmilzt oder dass es große Schmelzvorgänge gibt. Schon die Aufwärmung, die Ausdehnung des Wassers auf der Erde, auf den Ozeanen führt dazu, dass der Meeresspiegel ansteigt. Und das merkt man, kann man auch messen, ist sehr klar, dass es in einiger Zeit jetzt geht. Und auch dazu werde ich Ihnen mal zeigen, was passiert, wenn wir tatsächlich eine Erhöhung haben, zum Beispiel um einen Meter. Schauen wir uns Europa an. Da wird es insbesondere in manchen Bereichen in den Niederlanden und in Belgien zum Problem. Und wenn wir zwei Meter mehr sehen, dann ist es noch viel problematischer. Ähnliche Diagramme gibt es auch, wo man sehen kann, was passiert denn an der Ostküste von den USA, zum Beispiel in Miami, wo es auch ähnliche Erhöhungen geben wird. Und viele unserer Städte sind an der Küste. Und die sind besonders gefährdet, wenn es zu einer Meeresspiegelerhöhung kommt. Nun sprechen wir von etwa zwei bis drei Meter. Das ist vielleicht überzogen, weil viele Berichte sagen, ja, also es wird vielleicht bis Ende des Jahrhunderts 70 Zentimeter sein und nicht mehr. Aber wir haben aus der Erdvergangenheit eine Menge Daten, wo wir sehen, was passiert, wenn die Temperatur sich erhöht. Zum Beispiel beim Pio 10, vor etwa 2,5 bis 5 Milliarden Jahren, da war es 2,5 Grad wärmer, als es heute ist. Das ist etwas, was durchaus realistisch ist, wenn wir die Szenarien sehen, weil es gibt ja die sogenannte 2-Grad-Grenze, die wir einhalten sollen. Aber es kann durchaus sein, wenn wir nicht schnell genug handeln, dass es 2,5 Grad wird. Was passiert mit 2,5 Grad? Wir wissen, dass es damals einen Meeresspiegel gab, der 25 Meter höher war. Das ist jetzt nicht etwas, was wir genauso die gleiche Trägheit der Erde, das ist nicht etwas, was wir in 50 Jahren erwarten müssen, sondern das ist das, was sich einpendeln wird. Und es hat jemand auch sich die Mühe gemacht, das zu vergleichen. Verschiedene Zeiten auf der Erde, was waren denn die Meeresspiegel und was waren die Temperaturen gewesen? Da sieht man ziemlich genau, was der eingeschwungene Zustand irgendwann sein wird. Und das Problem ist dabei auch, dass diese Prozesse sehr chaotisch ablaufen können. Es ist ja nicht so, dass es gleichmäßig immer ein paar Zentimeter höher wird, sondern wir wissen ebenfalls aus der Erdgeschichte, dass dann plötzlich große Eisblöcke abschmelzen können und ins Meer gehen. Das war bei der letzten Eiszeit so gewesen. und wenn große Massen auf Grönland schmelzen oder auf der Antarktika, dann haben wir schon ein Problem. Und um jetzt mehr zu diesem Teil zum Ende zu kommen, zum ersten Teil, wo es um die Klima, die Mechanismen hinter der Klimaänderung der globalen Erwärmung. Heute sind sich alle wissenschaftlichen Einrichtungen einig. Und zwar auch diejenigen inzwischen, die der Ölindustrie nahestehen. Alle sagen unisono, es ist völlig klar, dass unser Tun, also die fossile Verbrennung, dazu mit beiträgt, dass die Erde sich erwärmen wird, dass die sogenannte anthropogene globale Erwärmung Fakt ist. Und es ist so ähnlich auch wie in der Diskussion mit der Gentechnik, wo es eigentlich gar keinen großen Zweifel mehr gibt über die Grundtendenz. Natürlich gibt es jede Menge Diskussionen immer noch über die Frage, wird es denn jetzt tatsächlich vier Grad mehr oder zwei Grad mehr? Welche Effekte kommen ein? Wie sind denn die sogenannten Kipppunkte? Und was für Effekte werden es haben in verschiedenen Regionen? Also über viele Einzelheiten gibt es noch sehr viel Debatte. Und da gibt es sogar, Nature hat zum Beispiel eine eigene Zeitschrift, Nature Climate Change, ins Leben gerufen, um genau solche Punkte zu diskutieren. und auch wissenschaftlich zu bearbeiten. Also das Thema ist für die Wissenschaft immer noch ein sehr großes Feld, wobei die Grundtendenz, was alle sagen, ziemlich klar ist. Und hier ist ein Statement von der AAAS zum Beispiel als Beispiel. Ich habe das so übersetzt. Die wissenschaftliche Beweislage ist klar. Das globale Klima ändert sich jetzt und wird durch menschliches Handeln verursacht und wird zu einer zunehmenden Bedrohung für die Gesellschaft. Ein Einwand will ich nochmal aufgreifen. Es heißt sehr häufig, naja, aber früher gab es ja auch höhere CO2-Werte, aber gleichzeitig war das mit der Temperatur so ähnlich wie heute auch. Und da muss man zumindest wissen, wenn man diesen Einwand begegnen will, wie die Erde sich entwickelt hat. Es gibt auch von den bei den Skeptikern gut bekannten Carl Sagan der Begriff des sogenannten Paradox der lichtschwachen, jungen Erde. Wir wissen, dass über die Jahrmilliarden die Sonneneinstrahlung sich erhöht. Und das wird auch in der Zukunft weiter so gehen. Also die Sonne wird immer wärmer. Und die Frage ist, wieso ist es dann so gewesen, dass die Temperaturen auf der Erde weitgehend, also nicht ganz, gleich geblieben ist. Und ich hatte ja gezeigt, was die berechnete Temperatur ist. Man sieht jetzt auf der untersten Linie die Temperatur, die wir erwarten würden, wenn die Erde gar keine Atmosphäre hätte, also sogenannte die nackte Erde. Das ist der unterste Bereich und wir sehen, dass wir auf der rechten Seite diesen Punkt erreichen, den ich mit einer der frühen Folien gezeigt habe. Selbst mit der Atmosphäre, wie sie jetzt heute haben, hätte es so sein müssen, wie jetzt gerade mit dem anderen gezeigt. Was ja bedeutet, weil die Temperatur ja nicht so gewesen ist, dass ja auch die Bedingungen vielleicht in der Atmosphäre anders waren. Und einer der Gründe, warum das so gewesen ist, dass tatsächlich die Erde sich in gewisser Weise selbst reguliert hat, mit den Prozessen, wie sie laufen, wie CO2 abgebaut wird von der Atmosphäre und wie sie wieder in die Atmosphäre reinkommt. Es war früher mehr CO2, aber das war auch der Grund dafür, dass wir früher nicht gefohren haben, oder die Tiere, die damals gelebt haben. Und das kann man so ungefähr zeigen, wie es hier gezeigt wird. Früher, die frühe Erde war so, da gab es eine schwächere Einstrahlung von der Sonne, aber einen stärkeren Treibhauseffekt. Also im Wesentlichen gesagt. Und heute haben wir eine stärkere Einstrahlung und einen schwächeren Treibhauseffekt. Und vieles vom Kohlendioxid, was früher in der Atmosphäre ist, ist jetzt in der Erde gebunden. Also das ist ein Glück für uns, wenn man so will, dass die Temperatur sich so geregelt hat durch die Prozesse, die auf der Erde laufen. Und das Problem, was wir allerdings heute haben, ist, dass die Erde eine große Trägheit hat. Mit der Temperatur in der Atmosphäre reagiert es schneller, mit dem Meeresspiegelanstieg etwas länger. Aber es braucht tatsächlich Zeit, bis alles das, was wir schon bereits getan haben, zur Auswirkung kommt. Es ist nicht so, dass jetzt die CO2-Werte steigen und sofort merken wir, es steigt die Temperatur und es steigen die Meeresspiegel. Es ist vieles in der sogenannten Pipeline. Es wartet nur, sich zu entfalten. Und vieles ist so in der Warteschlange. Wir werden auch, wenn wir jetzt keine Emissionen mehr hätten, weitere Klimaänderungen bekommen, aufgrund dessen, was wir bereits getan haben in der Vergangenheit. Und auch positive Rückkopplungen sind bekannt. Also das heißt, es ist plötzlich nicht nur, einiges wird ja heute abgeschwächt, weil vieles von dem Kohlendioxid aufgenommen wird von den großen Meeren, von den Ozeanen. Aber es hat auch Beispiele in der Erdgeschichte gegeben, wo das sich umkehrt und wo dann die Erderwärmung dann plötzlich auch wieder zunimmt. Und 2 und 3 Grad, Svante Arrhenius, als er damals gesagt hat, ja 5 bis 6 Grad mehr für eine Verdopplung der, für eine Verdopplung der Konzentration von C2, das können wir ja gut aushalten. Er kam ja aus Schweden und ein bisschen mehr Temperatur hätte ihn nicht so, er hat das eigentlich als gute Sache gesehen, wenn es sich erwärmt, dann geht es uns besser, also zumindest in Schweden. Jedenfalls ist es eine ganz andere Geschichte, wenn man in Afrika oder in Südasien lebt oder nah am Äquator, weil dort 2 oder 3 Grad mehr oder gerade 4 oder 5 Grad eine ganz andere Auswirkung haben. Und wer sich hier zu diesem Teil mehr informieren möchte, den kann ich nur, ich glaube er war schon hier gewesen, Mark Leines, der hat ein Buch geschrieben, 6 Degrees, 6 Grad, wo er auch anhand der Erdgeschichte zeigt, sehr schön zeigt, was passiert, wenn wir 1 Grad mehr haben, was passiert, wenn es 2 Grad sind, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad. Und das ist schon erschreckend, wenn man sieht, was schon mit 3 Grad alles auf der Erde passieren wird, langfristig, belegt durch unsere Erdgeschichte, wo es zum Beispiel bei den wärmeren Perioden Dinosaurier gab, die in Tropen gelebt haben, nah an den Polen. Also das ist eine Temperatur, die wir wieder erwarten können, wenn wir wirklich auf 3 oder 4 Grad Wärme kommen. Und die Frage ist nun, und das sollte ja auch ein Thema heute sein, was nun, was können wir denn eigentlich machen? Wir haben ja auch eine ganze Menge Diskussionen, wo wir viele Forderungen sehen von diversen Interessengruppen, was da gemacht werden sollte oder was nicht. und ich werde mal zunächst einmal anfangen mit dem IPCC, also dem Klimarat der UNO, der auch versucht hat aufzuzeigen, was man in diesem Bereich tun kann oder sollte. Natürlich mit Vor- und Nachteilen, wenn alles, was wir tun, nicht nur in Sachen fossile Verbrennung, hat Vorteile, kommt aber auch mit Nachteilen. Und wir könnten zuvor aber auch noch die Frage stellen, was, eine der Möglichkeiten ist ja auch, dass wir sagen, okay, vielleicht brauchen wir nicht so viel Energie. Das wird ja sehr häufig gefordert auch, wir müssen zurück zur Natur, wir können nicht so weiterleben, wie wir jetzt tun, wir sollen vielleicht gar nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Aber ich glaube, diese Richtung der Forderungen, das ist das Erste, glaube ich, ist nicht vernünftig. Es ist nicht vernünftig, weil diese Energiearmut bedeutet, dass viel mehr Menschen, erstens Menschen nicht da rauskommen können, wo sie heute sind, wo sie viel manuelle Arbeit leisten müssen, um einfache Dinge zu tun, die für uns gar nicht mehr eine Rolle spielen. wir müssen nicht mehr unsere Wäsche waschen, wir müssen nicht lange Wege gehen, um unser Wasser zu holen. Solche Zustände wollen wir nicht mehr haben. Und für arme Länder ist das besonders problematisch. Und selbst wenn man sagt, in reichen Ländern, ja, da können wir mehr bezahlen für unsere Energie, auch das ist meines Erachtens unsozial, weil es trifft natürlich immer wieder nur die Ärmsten, auch in den reichen Ländern, die dann für sonstige Dinge viel weniger Geld haben, um Dinge zu tun. Sie verbrauchen eine ganz große Menge ihrer eigenen Ausgaben dafür, einfach nur Energie, die Grundversorgung zu sichern. Deswegen glaube ich als erstes, das ist mein erster Standpunkt hier, diese Forderung, Energie muss nur teurer werden, wir müssen alles runterfahren, das ist, glaube ich, nicht eine Sache, die wir groß fordern sollten oder fördern sollten, weil das zu Lasten der Menschen geht. Und dann käme ja die Frage, was brauchen wir denn an Energie? Also wenn wir jetzt betrachten, was wir 2014 gebraucht haben, das ist nur mal so ein Beispiel, waren es etwa 18 Terawatt Leistung für die gesamte Menschheit, das heißt, jeder hat etwa 2400 Watt für sich. Umgerechnet, wie ich am Anfang gesagt habe, heißt es, jeder hat 24 Energiesklaven für sich arbeiten, um Dinge zu tun, wie Geschirrspülen oder Wäsche waschen und so weiter. Und dabei ist es sehr unterschiedlich verteilt. Die USA hat 100 Energiesklaven pro Person arbeiten, in Europa sind es durchschnittlich 45, in China sind es 21 und in Indien etwa sieben. Aber wir sollten auch, einer der Punkte, die durchaus Sinn macht, ist zu sehen, wie können wir mit der Energie effizienter umgehen. Wir sollten versuchen, mehr, weniger Energie in dem Sinne, Primärenergie zu verbrauchen, indem wir sie effizienter nutzen. Aber selbst bei sehr effizienter Nutzung von Energie werden wir nicht unter etwa 2000 Watt pro Person kommen, wenn wir einen vernünftigen Lebensstandard halten wollen. Und das heißt, immer noch für 10 bis 12 Milliarden Menschen auf der Erde mindestens 20 Terawatt. Und weil ich es nicht ganz glaube, dass wir das schaffen mit der Energie, mit der Energieeffizienz bis zu dieser Zeit, wird es vermutlich mehr sein. Also das heißt, die Forderung, weniger Energie zu produzieren, ist keine. Gleichzeitig müssen damit die Auswirkungen reduziert werden, die Energieemissionen um mindestens 90 Prozent sinken. Das ist sehr häufig etwas, was gefordert wird. Und wovon wir sehr weit entfernt sind. Eigentlich müssten wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Irgendwann brauchen wir auch negative Emissionen, wo wir wieder CO2 wieder von der Atmosphäre mit reinbringen und reinnehmen. Es ist also eine Mammutaufgabe. Und der IPCC hat verschiedenste Möglichkeiten aufgezeigt, wie man damit umgeht. Und ich bringe das deswegen auf, weil immer wieder gesagt wird, wir müssen erneuerbare Energien, Solarkraft und Windkraft ausbauen. Und die ganze Diskussion dreht sich nur darum. Aber der IPCC selbst, der auch von vielen von den Verbänden, die das fordern mit erneuerbaren Energien, immer als Referenz gilt, auch dieser IPCC sagt ganz klar, es gibt verschiedene Methoden und Wege, um die fossile Verbrennung runterzufahren. Einer ist Kernenergie. Und darum wird auch die Diskussion heute gehen. Das zweite ist erneuerbare Energien. Aber zu erneuerbaren Energien gehören nicht nur Solar und Wind, sondern gehört auch zum Beispiel Wasserkraft, was ja in Österreich zum Beispiel stark genutzt wird. und dann gibt es Carbon Capture und Storage. Das heißt, man verwendet weiterhin eine Verbrennungsanlage, aber man fängt sozusagen den Kohlenstoff wieder auf und tut sie wieder zurück in die Erde. Also man lässt sie nicht in die Atmosphäre. Auch das CCS ist ein Beispiel, was genannt worden ist. Und dann gibt es noch andere Dinge hier auch, die genannt werden, wie zum Beispiel Methanlecks zu verhindern und zu reduzieren. Und was nicht genannt wird, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, eine ganz neue Generation von Biokraftstoffen. Und damit meine ich nicht die Art von Biokraftstoffen, die wir jetzt in letzter Zeit stark genutzt haben, wie zum Beispiel Biodiesel und so weiter, weil das sehr häufig Verfahren sind, wenn es landwirtschaftliche Produkte sind, die normalerweise in die Ernährung gehen, die dann abgezweigt werden, um dann Öl zu produzieren. Das ist eine Kollision zwischen der Notwendigkeit, Lebensmittel zu produzieren und Energie zu produzieren. Und da müssen wir von weg und da gibt es auch neuere Ansätze, die verfolgt werden können. Aber der Hauptpunkt ist, wir haben ein massives Problem vor uns, und es gibt nicht nur einen Weg dahin, den wir immer wieder hören, erneuerbare Energien, also Solar- und Windkraft. Und dann kann man auch sagen, okay, wie sind wir bisher denn gefahren? Was ist bisher passiert? Schauen wir uns, wie die weltweiten Primärenergieverbrauchszahlen sich entwickelt haben. Wir sehen, dass über die Jahre, seit den 90er Jahren bis heute, der Energieverbrauch sich ständig erhöht. Es ist überhaupt kein Anzeichen dafür, dass die Nutzung von fossilen Energien sich reduziert. Man sieht Kohle, man sieht Gas und man sieht Öl immer noch steigen insgesamt, wenn man sie zusammenrechnet. und die Bereiche, die nicht zu Lasten der Umwelt gehen, sieht man in der Mitte, das sind Hydro, das sind Kernkraft und die erneuerbaren Energien. All diese zusammen spielen immer noch eine ganz kleine Rolle für die gesamte Primärenergieversorgung. Und angesichts einer solchen Situation zu sagen, wir wollen nur auf erneuerbare Energien setzen, das ist wirklich, also wenn erneuerbare Energien gesagt werden, meint man meistens dann Solar- und Windkraft. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen, es ist eine wesentlich größere Aufgabe, die wir vor uns haben, als dass wir nur mit erneuerbaren Energien lösen können. Und Deutschland wird immer weltweit bei Klimakonferenzen und anderswo als leuchtendes Beispiel, wie die Energiewende funktioniert hat, dargestellt. Wie auch nebenbei Dänemark. Weil Windkraft und Solarkraft so stark ausgebaut worden sind. Wenn man aber jetzt tatsächlich sich anschaut, wie sich die Emissionen entwickelt haben, dann sieht man, dass wir in Deutschland zum Beispiel in den letzten zehn Jahren weitgehend auf der Stelle treten. Es gibt leichte Reduktionen. Früher gab es etwas mehr. Und am Anfang, nach den 90er Jahren, vor allem durch die Veränderungen in der damaligen von der DDR als nach der Wiedervereinigung, gab es einiges, was effizienter geworden ist. Und vieles geht darauf zurück, was reduziert worden ist. Tatsächlich kommen wir nicht wieder nicht voran. Und die Ziele, die sich die deutsche Bundesregierung gesetzt haben, die erkennt jetzt jeder, dass das nicht erreicht werden kann. Und deswegen würde ich gern mal auch, weil die Diskussion sehr häufig auch um Kernenergie und um Erneuerbare geht, weil es ja allgemein in Mitteleuropa eine Situation ist, wo erneuerbare Energien nur gut sind und Kernenergie nur schlecht ist, wollen wir mal schauen, wie verschiedene Länder mit diesem Problem umgegangen sind. Wenn wir Frankreich betrachten und die sogenannten Low Carb oder die Niedrigkohlenstoffenergiequellen nutzen, wozu in Frankreich hauptsächlich Hydro- und Kernkraft gehören, aber in letzter Zeit auch ein bisschen erneuerbare Energien, wir sehen, dass Frankreich über 80 Prozent der Elektrizität durch Low Carb oder Niedrigkohlenstoffenergiequellen erzeugt. Und selbst wenn man die gesamte Primärenergie betrachtet, und da muss man sagen, was dazu kommt, was nicht unter Elektrizität fällt, das sind Dinge wie die Schwerindustrie, der Transport, alles was wir an Autos beim Verkehr verbrauchen oder mit Flugzeugen, oder die Landwirtschaft. Das sind auch Dinge, die zu Emissionen führen und wenn man das insgesamt betrachtet, dann sehen wir, Frankreich ist bei über 40 Prozent Low Carb. Und schauen wir an, was Deutschland da macht. Das sind die Zahlen für Deutschland. Selbst bei der Produktion von Elektrizität alleine sind trotz des Ausbaus von Solarkraft und Windkraft steckt Deutschland immer noch so bei etwa 30, 35 Prozent Low Carb Energiequellen, also Quellen, die keine fossile Verbrennung, keine Schäden für die Atmosphäre verursachen. Und bei der Primärenergieversorgung ist es nicht 40 Prozent wie in Frankreich, sondern da ist Deutschland bei 10 bis 15 Prozent. Also zu sagen dabei, dass Deutschland einen großen Erfolg hat, ist glaube ich wirklich nicht so angemessen. Dann können wir sehen, wie schneidet denn eigentlich Deutschland ab im Vergleich zu anderen Ländern in der EU. Und wenn wir die Gesamtmenge der fossilen Verbrennung sehen, dann ist Deutschland einsamer Spitze. Aber da kann man ja sagen, na gut, Deutschland ist ja auch sehr groß, viel größer als die anderen Länder. Dann kann man sagen, okay, schauen wir an, was ist es denn pro Person? Und hier sehen wir, was die fossile Verbrennung, wie viel Verbrauch pro Person an fossilen Energien stattfindet, in verschiedenen Ländern. Und hier sehen wir ganz klar, Deutschland ist immer noch sehr weit oben. Nur die Niederlande und Belgien sind noch schlimmere Umweltsünder, was fossile Verbrennung angeht, als Deutschland. Und das kommt auch daher, weil die Emissionen, der Grund, warum wir über fossile Verbrennung überhaupt sprechen, ist, dass die die meiste CO2 und Emissionen insgesamt verursachen. Hier ist ein Vergleich von verschiedenen Energiequellen und da sieht man ganz klar, Kohle ist am schlimmsten, dann kommt Öl und dann kommt als nächstes Gas und fast alle anderen sind im Vergleich sehr viel geringer, was Emissionen angeht. Und da ist Kernkraft und Solar und Wind sehr vergleichbar, was die Emissionen angeht. Und wenn wir jetzt an CO2-Emissionen, das betrachten, also nicht den Verbrauch von fossiler Energie, da kann man ja auch sagen, wie schauen die einzelnen Länder im Vergleich aus? Ich habe jetzt hier neben Deutschland auch Österreich mit eingebaut und Dänemark, weil Dänemark auch immer als leuchtendes Beispiel gezeigt wird. Und wenn man das hier vergleicht, sieht man, dass tatsächlich die Länder, die eher auch zumindest auf Kernkraft setzen, besser dastehen heute als die Länder, die voll auf dieser erneuerbaren Energieschiene laufen. Und das ist mit eines der großen Probleme, dass wir uns etwas in die Tasche lügen, wenn wir sagen, mit erneuerbaren Energien erreichen wir alle unsere Ziele, wir werden das alles schaffen und so weiter. Und zurück komme ich zu meinem Grundansatz hier, den ich auch in den nächsten paar Minuten noch erläutern werde. Was ich glaube, das Wesentliche ist, dass der Krieg, der geführt wird, das wird eigentlich von beiden Seiten geführt, muss man sagen, zwischen den Fraktionen Solar und Wind einerseits und die Pro-Kernkraft-Fraktion andererseits. Das muss einfach im Hinblick auf unsere Zukunft aufhören. Wir haben ein Problem, das wesentlich größer ist, dass wir nicht so wählerisch sein können über das, was wir als Lösung ansetzen. Wir müssen alle Mittel nutzen, die tatsächlich dieser großen Herausforderung wirklich gerecht sind und die Probleme, die wir in Zukunft bekommen, möglichst gering halten. Aber selbst wenn ich jetzt in der nächsten Zeit hauptsächlich über Kernenergie und Erneuerbare sprechen werde, will ich nochmal sagen, die sind auch dann nur Teil der gesamten Lösung. Wir sollten auch mit der Forschung nicht aufhören, andere Möglichkeiten zu suchen, wie wir mit diesem Problem angehen. Zum Beispiel auch diese neue Generation von Biokraftstoffen. Das wäre ganz sicher auch ein interessanter Ansatz. Nun komme ich zur Kernkraft selbst. Was für der Vorteil der Kernkraft ist, im Vergleich zu vielem anderen, ist die sehr hohe Energiedichte, die wir haben. Und das ist auch relativ leicht skalierbar, auch wenn das sehr häufig verneint wird. Wir kennen Phasen aus den 70er, 80er Jahren, wo man sehr schnell auch zu einer Dekarbonisierung der Energiewirtschaft gekommen ist, in dem Kernkraft ausgebaut worden ist. Und vor allem Kernkraftwerke, wenn sie gebaut werden, können sehr lange betrieben werden. Und das ist viel länger als im Vergleich zu vielen, zum Beispiel Solaranlagen oder auch Windkraftanlagen. Das sind Vorteile. Aber natürlich gibt es auch Probleme, die mit der Kernkraft zusammenhängen, die immer wieder genannt werden. Und da wird ja sehr häufig gesagt, das ist eine Hochrisikotechnologie. Das ist etwas, was wir uns nicht antun können, weil wir alle sterben werden, wenn wir Kernkraft benutzen, weil irgendwann was Großes passiert und dann ist das Ende da. Aber da muss man sehen, da gibt es zwei Aspekte zu dem Risiko, was wir betrachten. Einmal ist es die Frage, was ist denn die Wahrscheinlichkeit eines Risikos? Die Wahrscheinlichkeit eines Schadenfalls, meine ich. Und was passiert denn dann? Was ist die Auswirkung, wenn was tatsächlich passiert? Wenn es einen Super-GAU gibt, zum Beispiel. Und da kann man durchaus sagen, dass viele Kernkraft-Befürworter haben das heruntergespielt, dass das nie passieren wird, einmal in 10.000 Jahren. Ich weiß noch nicht mal, wie weit das wirklich stimmt, dass das so gesagt worden ist, aber es ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung so, man hat so getan, als würde da nichts passieren. Und wir wissen seit Three Mile Island und Chernobyl und Fukushima, dass das falsch ist. Das passiert, das kann passieren und das muss man sich auch ehrlicherweise zugestehen. Es kann auch wieder in Zukunft passieren. Selbst wenn ich persönlich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit trotzdem geringer ist, weil man ja auch ein bisschen was lernt. Ausgeschlossen ist es nicht. Und wenn wir sagen, es kann in Zukunft passieren, dann heißt es vielleicht in 100, vielleicht in 500 Jahren, aber vielleicht auch im nächsten Jahr kann das passieren. Es ist nicht null. Das ist ganz klar. Aber was dann auf der anderen Seite komplett falsch dargestellt wird und bis heute eigentlich die gesamte Diskussion mit durchdringt, ist, dass die Auswirkungen dieser Unfälle, egal ob es Chernobyl ist oder ob es Fukushima war, in der Öffentlichkeit viel dramatischer und schlimmer dargestellt wird, als es tatsächlich heute der Fall ist. Sie werden massiv übertrieben. Und ich glaube, wir hatten hier auch einen Vortrag vor, in Skeptics in the Pub, wo auch gerade auf Fukushima und Chernobyl eingegangen worden ist. Deswegen will ich das nicht so stark erläutern, was da genau passiert ist. Wir können aber in der Diskussion durchaus auch darauf eingehen, wie schlimm war Fukushima oder auch Chernobyl. Ganz klar, es war ein Unfall und es gab Auswirkungen in beiden Fällen. Chernobyl noch viel schlimmer als in Fukushima. Aber die Frage ist, war es diese Superkatastrophe, die immer wieder uns nahegelegt wird? Und wie ist diese Katastrophe oder dieser Fall im Vergleich zu vieles andere, was wir heutzutage haben? Es ist immer der Vergleich. Man kann nicht nur sagen, das ist gefährlich, das kann das und das erreichen, aber dann sollte die Frage immer kommen, im Vergleich zu etwas anderem. Wie sieht es aus, wenn man es nicht tut? Zum Beispiel. Und wenn wir das zusammennehmen, dann sehe ich das Risiko insgesamt, wenn man alle Vor- und Nachteile sehen, dass die durchaus vergleichbar sind bei der Kernkraft mit Solar und Wind und nicht mit der Verbrennung von Kohle, mit der fossilen Energienverbrennung. So dass wir beides als Lösungsansatz sehen sollten, zumindest Teil des gesamten Lösungsansatzes, aber nicht sagen, wir wollen nur erneuerbare oder nur Kernenergie. Wir sollten sehen, wie kriegen wir diese beide zusammen, um das massive Problem, was wir vor uns haben, zu lösen. Einen Satz habe ich dann doch noch zu Chernobyl und Fukushima. Selbst wenn wir die Zahlen annehmen, die von Greenpeace und Co. mit verbreitet werden, von 30.000, von 100.000 Toten, die sind sehr schwer umstritten und wer den Artikel von Florian Aigner im Skeptiker gesehen hat, kennt auch die Hintergründe dazu. Vieles hängt von Modellrechnungen ab und wie man diese Schadensfälle berechnet. Aber selbst wenn man von diesen Zahlen ausgeht, sieht man, dass sie schon jetzt viel weniger Menschenleben gekostet hat, als zum Beispiel Kohle oder der Verkehr. Anhand der fossilen Verbrennung sind es Millionen, die jedes Jahr sterben. Millionen. Und zwar nicht wie im Falle von Chernobyl 30.000 oder 40.000 über die nächsten 40 Jahre. Selbst beim Verkehr, wo wir nicht dazu kommen und sagen, wir schaffen das Autofahren ab, sind es weltweit fast eine Million Menschen, die sterben daran, dass wir uns überhaupt bewegen. Also das sollte man sich auch im Vergleich mit aufnehmen, wenn wir von solchen Risiken sprechen. Wie ist dieses Risiko im Vergleich zu anderen zu sehen und was sind denn die Dinge, auf die wir verzichten, wenn wir etwas nicht tun? Also wenn wir auf Verkehr verzichten oder wenn wir zum Beispiel darauf verzichten, Kernenergie auszubauen. Und ich denke, darüber wurde auch mal viel ausführlicher berichtet, was denn die Todeszonen von Chernobyl und Fukushima angeht, dass schon heute wir sehen, dass es Bereiche in anderen Ländern gibt, die als Urlaubsorte genutzt werden, wo die Strahlenbelastung vergleichbar ist oder noch höher ist, als was wir heute in Fukushima mit der Umgebung von Fukushima oder auch von Chernobyl sehen. Und wir kommen nicht auf die Idee zu sagen, okay, aufgrund des Vorsorgeprinzips evakuieren wir Leute zum Beispiel aus dem Bundesstaat Kerala in Indien, also wo ich häufiger zu Urlaub gewesen bin. Da gibt es in gewissen Gebieten auch eine Strahlenbelastung, die sofort zu einer Evakuierung geführt hätte, wenn es nach einem Unfall so hoch gewesen wäre. Und es gibt deswegen auch die Fragestellung, was ist, wenn wir was nicht tun, von James Hansen, einer der Pioniere der Klimaforschung zusammen mit Karecha, wo auch ausgerechnet worden ist, anhand der vielen negativen Auswirkungen von der fossilen Verbrennung. Was hat uns denn die Kernenergie in der Vergangenheit gebracht? Und jetzt geht es noch nicht einmal über die Zukunft. Es geht darum, wie schädigt uns die Verbrennung von fossilen Brennstoffen auch heute, wenn wir gar keine Klimaerwärmung hätten. Und das sind eine ganze Menge Todesfälle, die verhindert worden sind, indem wir Kernkraft betrieben haben in der Vergangenheit, weil dadurch diese Emissionen weggefallen sind. Und diese Zahlen stehen in keiner Relation, auch zu den Zahlen, die von Greenpeace und anderen verbreitet werden. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Totschlagargument Atomüll. Aber was machen wir mit dem Atomüll? Das höre ich auch von einigen innerhalb der Skeptikerbewegung, die sagen, naja, das ist etwas, was wir nicht gelöst haben. Eine Frage, die man hier durchaus stellen muss, ist denn eine Endlagerung wirklich die beste Möglichkeit? Denn schon John F. Kennedy hatte in der Zeit seiner Präsidentschaft gewusst, dass man nicht nur Kernenergie so nutzen kann, wie es heute der Fall ist, sondern dass es neue Generationen von Kernkraftwerken geben wird, wo das, was wir heute Müll nennen, der Kraftstoff der Zukunft ist. Und es gibt viele, die auch gegen eine Endlagerung aus diesem Grund sind. Wir sollten eher diesen Müll oder Brennstoff eher aufbewahren, damit wenn wir eine neue Generation von Kernkraftwerken haben, dass wir sie neu einsetzen können. Damit am Ende die Menge des Restmülls wirklich viel kleiner wird, als sie heute der Fall ist. Und selbst hier käme die Frage, warum stellen wir nicht die Frage, was wäre denn nun jetzt, wenn wir eine Endlagerung machen, wie in Finnland jetzt der Fall ist? Dort ist eine Endlager ausgesucht worden. Und die haben auch Berechnungen gemacht, weil es wird ja immer wieder gesagt, ja, es kann ja Leck werden, was ist dann, wenn in 10.000 Jahren dann Menschen oder was auch immer lebt, dann davon betroffen ist. Wir kennen auch aus der Erdgeschichte, ich finde, dass es Kernkraftwerke, also natürliche Kernkraftwerke gab in verschiedenen Gebieten, zum Beispiel in was heute Kana ist, weil dieser Prozess der Kernspaltung findet auch statt, wenn die richtigen Bedingungen da sind, natürlicherweise. Heute ist es nicht mehr der Fall, aber wir hatten ja früher, bevor vieles vom Uran zerfallen ist, auch eine höhere Konzentration. Und die sind in der Vergangenheit auch gewesen. und da hat jemand jetzt ausgerechnet, was passiert, wenn das alles kaputt geht, wenn das diffundiert und so weiter. Und dann kam er zu dem Schluss, und das ist dann auch abgenommen worden von den Behörden, und die durchaus sehr streng sind, um das zu sehen, was passiert, und wenn was passiert. Das ist genau die gleiche Frage wie beim Unfall Fukushima oder Tschernobyl. dann wäre das, was der am meisten betroffene Mensch da, der darüber lebt, wäre vergleichbar mit dem Essen von ein paar Bananen. Und wir hatten auch das Bananenbeispiel bei dem Vortrag von Florian Aigner gehabt, und ich denke auch in dem Artikel, den er geschrieben hat. Also das heißt, es ist auch hier wiederum nicht die Frage, dass so etwas nicht passieren kann. Es kann passieren, dass Fässer undicht werden, dass etwas diffundiert in die Umwelt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass völlig übertrieben wird, was dann die Auswirkungen sein werden auf die Umwelt und auf Menschen oder auch auf Tiere, die dann leben. Wir sollten daran denken, wir sind seit Jahrmillionen gewohnt, in einer radioaktiven Umgebung zu leben. Es gibt natürliche Radioaktivität. Die schwankt auch sehr stark von einem Ort zum anderen. Und das ist etwas, wofür alle Lebewesen schon vorbereitet sind durch die Evolution, dass sie mit einer gewissen Menge an Umwelt, an Radioaktivität mit leben können und vielleicht auch das nützlich ist für die Evolution selbst. Und dann kommt auch die Frage, selbst hier, wir haben ja Abfälle, wir haben ja viele andere Abfälle, hat man jemals verglichen, wie sind denn die Abfälle von Atommüll, die ja alle aufbewahrt sind irgendwo und die vielen anderen Abfälle, die wir tagtäglich produzieren, um die sich niemand kümmert und die vielleicht viel größere Auswirkungen haben. Und zwar auch schon jetzt, und die sind nicht aufbewahrt. Kohlendioxid pustet man einfach in die Atmosphäre, Plastik schmeißt man einfach weg und viele andere Dinge auch. Und wir greifen sehr häufig die Kernenergie an, wo der gesamte Müll von den Kernkraftbetreibern selbst aufbewahrt werden müssen, dass es nicht so einfach losgelassen wird auf die Umwelt. Und dann kommt auch die Frage immer wieder von den Kosten, wobei dann man immer die Gegenfrage stellen kann. Das ist eigentlich die falsche Frage. Wenn etwas notwendig ist, um unseren Planeten zu retten in Einführungsstriche, dann sollten wir auch wirklich die Kosten auf uns nehmen. Aber die Berechnungen, die man sieht, sollte man immer mit Vorsicht genießen. Aber es gibt auch andere Berechnungen, das wollte ich nur mal zeigen, als Beispiel von der Breakthrough Institute, die gezeigt hat, wenn man die Gesamtkosten annimmt, die für ein Kernkraftwerk genutzt werden, oder für Deutschland, jetzt zum Beispiel für die Energiewende, dann sieht man, dass selbst bei dem sehr über den Preis gegangenen Kernkraftwerk von Finnland, wo viel mehr Geld ausgegeben worden ist, als geplant ist, immer noch günstiger ist, als Wind und Solar auszubauen. Natürlich wird auch jetzt Wind und Solar auch billiger. Aber ich will damit nur sagen, wenn man jetzt diese Sachen vergleicht, erstens ist die Frage, ob Kosten wirklich der Punkt ist, auf die wir diskutieren sollten. Und zweitens ist die Frage, berechnet man das wirklich mit allen Nebenwirkungen, zum Beispiel auch, dass wenn man Wind und Solar betreibt, dass man auch für die Netzstabilität sorgen muss. Dass wir auch dort Geld investieren müssen. Dass dann auch Gaskraftanlagen laufen müssen, damit, wenn gerade der Wind nicht weht oder wenn die Sonne nicht scheint, auch das auszugleichen. Und das letzte, was ich gehört habe, auch bei March for Science in Frankfurt, sogar von einem Klimaforscher, ja, aber Terroranschläge. Die Frage ist natürlich, die ich dann immer stelle, ist, ist denn wirklich ein hochgesichertes Kernkraftwerk das, was Terroristen angreifen werden? Oder wie wir es auch kennen von der Vergangenheit, dass die, wenn sie Anschläge machen wie bei 9-11, eher weichere Ziele sich aussuchen? Und hier, selbst wenn man es im Vergleich nimmt, der Angriff auf das Pentagon hat ja wesentlich weniger Schaden angerichtet als bei dem anderen. Also das, man muss sehen, wie gut sind die Anlagen gesichert und sagen, wirklich ist das dann das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Terroranschlag passiert, dass ein Atomkraftwerk angegriffen wird oder wird es noch schlimmer werden, wenn eines der großen Hochhäuser irgendwo in Europa angegriffen werden. Und da, glaube ich, ist eine völlige Schieflage in der Art und Weise, wie man über Risiken diskutiert. Selbst wenn plötzlich ein Flugzeug über deutschen Flug, den Luftraum kommt und das heißt, man weiß nicht, was es damit ist, weil der Pilot sich nicht gemeldet hat, dann werden sofort in den Nachrichten alle berichtet, darüber, was für Vorsichtsmaßnahmen an Kernkraftwerkanlagen genommen werden und was da alles passiert ist, um das zu verhindern, dass die da reinfliegen. Aber niemand fragt, was ist denn mit den Hochhäusern oder vielen anderen Weichenzielen, die man auch dann quasi schützen müsste. Also die ganze Diskussion ist polarisiert seit 20, 30 Jahren, indem quasi das in unser DNA mit drin fast dabei ist. Also ich bin ja auch in dieser Umgebung aufgewachsen zu der damaligen Zeit, wo es hieß, Kernkraftwerk ist böse und das steckt bei uns alles noch so tief im Blut. Und wenn wir hier sehen, wer wirklich mal einen Terroranschlag geübt hat, dann war das einer, Kaim Nisim, der das später zugegeben hat. Zu der Zeit wusste man das nicht. Und der ist dann später, das war eine Rakete, die damals von Terroristen ausgeliehen worden ist. Und nachher hat Kaim Nisim gesagt, okay, das war ja aber ein friedlicher Angriff, weil man wollte auch, man hat auch sicherstellen wollen, dass niemand persönlich zu Schaden gekommen ist, als ob man das von vornherein wissen könnte, wer alles dort gerade im Moment arbeitet oder nicht. Jedenfalls sieht man diese, dass auch wie diese Diskussion manchmal in ganz merkwürdigen Richtungen geht und wer wirklich dort ein Problem werden kann. Also das sind Fanatiker, die glauben, dass das was Schlimmes ist, das müssen wir dann angreifen. Das sind, glaube ich, nicht so leicht andere Terroristen. Und jetzt komme ich zu dem Knackpunkt eigentlich der ganzen Diskussion, weil das immer unsere Diskussion in Europa und auch in den USA und vielen anderen Ländern prägt. 100 Prozent erneuerbare Energien. Das ist sozusagen das neue Dogma geworden. Das können wir erreichen. Und das müssen wir erreichen. Und alles andere wäre unverantwortlich. Die Frage sollte man sich aber durchaus stellen, ist das überhaupt realistisch, das zu erreichen? Und da gibt es ebenfalls von einer UN-Organisation, die eigentlich für erneuerbare Energien ist. Sie haben verschiedenste Szenarien ausgesucht, wie wir, und damit hier, wenn man dieses Ziel da oben sieht, mit der gestrichelten Linie, dass es, wenn wir davon ausgehen, dass 2050, wo das Ziel ist, alles erneuerbar zu machen, wenn der Energieverbrauch gleich bleibt, und das ist vollkommen unrealistisch. Es wird steigen, wie wir gesehen haben. Dann gab es eine Menge Studien, die das gemacht haben. Es geht von ganz weit links hier bis zu ganz weit rechts, wie viel erneuerbare Energien wirklich da zustande kommen kann. Und was immer wieder propagiert wird und in den Nachrichten zu lesen ist, sind die Dinge, was ist der ganz, ganz links hier zu sehen. Das war das einzige, was veröffentlicht worden ist von den NGOs. Das ist der Outlier. Also das ist der Extrembeispiel von allen Studien, die gemacht worden sind. Und wir kennen das ja als Skeptiker auch sehr gut, wie man durch die Auswahl bestimmter Studien zu einem falschen Schluss kommen kann. Jedenfalls spricht nichts dafür, dass das eine realistische Option ist, 100% erneuerbare Energien zu machen. Zumindest nicht im Rahmen 2050 und ich glaube auch nicht 2100. Wenn, dann wäre es ein sehr viel längerfristiges Projekt und so viel Zeit haben wir einfach nicht. Und der Grund, warum das so ein Problem ist, dass es auch Probleme gibt mit Solar und Wind. Es ist eine Unstetigkeit. Es scheint nicht immer die Sonne und es bläst nicht immer der Wind. Und wir brauchen Mechanismen, um das Netz trotzdem stabil zu halten. Es gibt Probleme, um dann Energie zu speichern, damit wir das nutzen können, wenn gerade die Sonne nicht scheint. Und das ist auch nicht einfach zu lösen, sondern selbst diese Speichergeräte müssen produziert werden. Sie brauchen auch verschiedene Rohstoffe, die durchaus auch problematisch sein können mit der Gewinnung. und der Wert sinkt einfach. Je mehr man Solar und Wind ausgebaut hat, dann wird der Grenznutzen immer geringer. Und ich will jetzt hier auch nicht gegen die erneuerbaren Energien, Solar und Windkraft sprechen, weil solange zum Beispiel in Deutschland alles gegen Kernkraftwerke spricht im Sinne von der Politik und der ganzen Entscheidungen, die da getroffen werden, haben wir gar keine andere Wahl. Es gab zum Beispiel in dem Ort Rostov, wo ich auch wohne, wo auch die GWP mit ist, den Versuch, zwei Windkraftanlagen zu bauen. Und da gab es eine große Opposition von einem Grünen-Abspalter und einem FDP-Abspalter, die gesagt haben, entweder das macht uns alle krank oder das hat negative Auswirkungen auf Vögel, was ganz klar ist. Aber in der Zeit halte ich mich ganz klar geäußert zu allen, die das hören wollten, das brauchen wir in der Zeit. Wir müssen jetzt im Moment dieses ausbauen, weil wir einfach die Alternativen in Deutschland jetzt im Moment nicht haben. Das heißt nicht, dass es die beste Alternative ist, sondern besser als nichts machen, tun wir etwas. Aber eine hundertprozentige Abdeckung, das ist nach all dem, was wir heute wissen, vollkommen unrealistisch in absehbarer Zeit. Und dann gibt es auch dann bestimmte Aktionen von Freunden der erneuerbaren Energien. Zum Beispiel sollte diese Folie online gehen und es ist auch online gegangen, wo man gezeigt hat, was ist denn der Vergleich? Das ging um Hinckley, das Kernkraftwerk in Großbritannien, was auch ein Überpreis ist, viel zu teuer geworden und so weiter. Da gab es aber eine Beschreibung, wie viel Land ein Kernkraftwerk verbraucht und wie viel das ist im Vergleich zu Solar oder zu Wind. Und das musste dann offline genommen werden, weil es hieß, das wäre nicht so hilfreich, einen solchen Vergleich anzustellen in einer Diskussion. Aber das zeigt auch den großen Einfluss, die manche Lobbygruppen haben, die für die erneuerbaren Energien sind. Aber, und das ist jetzt auch wiederum in Rostov aufgenommen, weil wohl weitere Windkraftanlagen geplant sind, es gibt auch pseudowissenschaftliche Angriffe und Panik wegen der Windkraft. Hier sieht man ein Beispiel, macht Windkraft krank. Das ist die Behauptung, dass dieser Infraschall, der emittiert wird, zu allen möglichen Krankheiten führt. Wir hatten die Diskussion auch schon mit Elektrosmog und so weiter. Das geht ungefähr in die gleiche Richtung auch. Man muss sehen, dass es dort auch Panikmacher gibt und dass man nicht alles dann, nur weil es gegen die Windkraft oder der erneuerbaren Energien ist, muss es nicht richtig sein. Also wir müssen wirklich anfangen, alles im Vergleich zueinander zu sehen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Energie zu nutzen im Grunde genommen führt immer, es bringt Vorteile, wir haben Energie, aber es hat immer Nebenwirkungen. Es gibt, genauso wie in der Medizin, keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Es sind nur die Alternativmediziner, die so etwas behaupten. Und so ähnlich ist es hier auch. Wenn wir Kernenergie nutzen, wird es Nebenwirkungen geben. Wenn wir Wind benutzen, wenn wir Solar benutzen, wird es Nebenwirkungen geben, zum Beispiel Nutzung von seltenen Erden, die abgebaut werden unter unmöglichen Umweltbedingungen in China. Es gibt immer Nebenwirkungen. Und wir müssen Risiken und Nutzen miteinander vergleichen, um überhaupt zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Und da, glaube ich, haben wir ein Problem mit dem sogenannten Vorsorgeprinzip. Denn das Vorsorgeprinzip heißt ja nur, wir betrachten nur die Risiken. Und wir betrachten nur die Risiken, die politisch gewollt sind, muss man ja auch sagen. Je nachdem, wer das auf die Agenda bringt, der sagt, okay, ob Glyphosat oder Gentechnik oder Kernkraft oder was auch immer, was auf dem Agenda steht, das wird als gefährlich gesehen, wenn man zeigt, man kann, alles hat irgendeine gewisse Gefährdung. Und dann ist die Frage, was macht man da nicht? Nebenwirkungen gibt es überall. Aber auch nichts zu tun hat ein Risiko. Wenn man was nicht ausbaut und die fossilen Verbrennungskraftwerke nicht ersetzt, dann haben wir auch ein Problem. Und fossile Verbrennungen sind tatsächlich das große Problem. Es ist nicht, also genau auf den gleichen Punkt wieder zurückzukommen, es ist, wir haben nicht die Luxus heute, einen Kampf zwischen der erneuerbaren Energien und Kernkraft zu haben heute. Wir müssen wirklich sehen, dass wir alles nutzen können, was wir in unseren Händen haben. Und nochmals, Energiearmut oder teure Energie ist nicht der Weg. Nein, es ist ein Weg. Es ist nur nicht ein Weg, denn ich will, und ich hoffe auch nicht, viele andere wollen, zurück zur Natur in einer Zeit des 18. oder 19. Jahrhunderts, wo von sechs Kindern nur zwei überlebt haben und wo wir eine durchschnittliche Lebenserwartung hatten von 40 oder 50 Jahren. Und dann noch ein Punkt, der immer wieder eine Rolle spielt in der Diskussion. Ich habe das auch bei Professor Harald Lech in einigen seiner Reden gehört. Wir sind alle zu gierig. Also wir schauen alle nur nach dem Geld und nicht nach dem großen Ganzen. Und hier will ich nur als Beispiel zeigen auch eine ganz neue Untersuchung von Matthew Nisbet, der auch sehr stark in der amerikanischen Skeptikerbewegung engagiert ist. Der hat zusammengestellt, wo durch die großen Stiftungen in den USA das Geld steckt. Es ist eine halbe Milliarde Dollar. Und da gibt es jede Menge Programme für Solar, für Wind und um die Gefahren auf die Gefahren von CO2-Emissionen hinzuzeigen. Für die Forschung im Bereich Kernkraft null. Es gibt einen kleinen Betrag, nämlich 175.000 Dollar, um Gegenkernkraftwerk zu sein. Also dieses Argument, wir folgen nur dem Geld, das wird ja immer wieder aufgebracht. Und dann sollte man aber wirklich sagen, okay, wo ist das denn wirklich wahr? Und wer läuft denn eigentlich wirklich dem Geld nach? Und hier ist auch etwas ganz Neues, was ich gelesen habe, das ist gerade vor kurzem, über Probleme der Energiestabilität in Deutschland, also dass viel Geld ausgegeben wird, 1,4 Milliarden Euro, die zusätzlich aufgebracht werden mussten, um die Netze stabil zu halten. Und sofort sieht man da oben, es sind die Kernkraftwerke schuld. Also nicht das vom gesamten Ansatz her, dass man die Netzstabilität sicherstellen muss. Das kommt, weil wir erneuerbare Energien ausbauen. Und das hat auch ihre positiven Seite. Aber dann sollte man das auch so sagen und nicht dann sofort zeigen auf die anderen, auf die Franzosen, das sind die Ausländer oder es ist Kernkraft, also nicht die gute Solar- oder Windkraft, die das Ganze erzeugt. Es sind eine ganze Menge Probleme, die erzeugt werden, die einfach heute geleugnet werden. Und neben der Leugnung des Klimawandels überhaupt, haben wir auch eine neue Art von Faktenleugnung, die kommt, indem man vieles, was tatsächlich passiert und wofür die Statistiken und wofür die Zahlen da sind. Es ist nicht so, dass ich die hier irgendwo erfunden habe. Das sind alles verfügbare Zahlen, die man nachschauen kann. Das ist einfach, da will man einfach bestimmte Dinge nicht mehr sehen. Und dann kann man die Frage stellen, was nun? Ich glaube, das Problem liegt darin, dass das gesamte Problem Klima gekapert worden ist. Wir fragen uns heutzutage gar nicht mehr, wie ändern sich denn tatsächlich die Emissionen? Sondern was haben wir denn überhaupt erreicht im Bereich der Senkung des CO2-Wertes in der Atmosphäre? Das Ziel ist ja, weniger CO2 zu haben, damit die globale Erwärmung eingedämmt wird. Stattdessen feiert man nicht Erfolge in diesem Bereich, was das eigentliche Ziel ist, sondern in einem Bereich, was höchstens ein Mittel ist. Wir haben aber mehr erneuerbare Energien, wir haben mehr Solar, wir haben mehr Windkraft. Das ist aber nicht das Ziel. Und dieses Gekapertwerden zeigt, dass wir eine völlig falsche Diskussion führen. Und solange wir davon nicht wegkommen, haben wir ein massives Problem zu tun. Wir zocken damit mit unserer Zukunft und mit dem Klima, statt die besten Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, was wir heute haben. Und wir sind deswegen nicht in einer Position heute. Und es geht mir wiederum nicht darum zu sagen, wir wollen kein Solar oder kein Windkraft, sondern dieses Gegeneinander muss aufhören. Und vor allem müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, die wir heute haben zu unserer Verfügung. Wir müssen erneuerbare Energien ausbauen, aber wir müssen daneben auch die Kernkraft wieder nutzen. Auch die Frage stellen, ob wir Kernkraftwerke heute abschalten wollen, die noch 20 Jahre laufen könnten. Wir sollen neue Generationen von Biokraftwerken entwickeln, Biokraftstoffen entwickeln. Also es gibt eine ganze Menge zu tun. Und wir sind nicht in einer Position heute, in der wir wählerisch sein können, anhand der massiven Herausforderungen, die vor uns stehen. Und deswegen ist es wesentlich für uns alle, dass wir die Scheuklappen absetzen und zu sehen, was können wir am besten tun, und statt gegeneinander zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Und natürlich brauchen wir daneben, und das sage ich als jemand, der auch in der Forschung mit drin ist, wir brauchen auch Forschung nicht als Selbstzweck, sondern weil wir brauchen alles, was wir nutzen können, um die Erhöhung der CO2-Werte zu begrenzen. Aber wir müssen inzwischen auch, weil ein wenig von diesem schon passiert, wir müssen auch sehen, wie wollen wir uns anpassen, wenn die Meeresspiegel steigen, wie wenn die Landschaften sich verändern, wenn zum Beispiel Flächen für die Nutzung für die Landwirtschaft verloren gehen, weil das nicht mehr nutzbar ist durch den Salzgehalt, müssen wir da neue Verfahren, eine neue Art von Lebensmittel verwenden, zum Beispiel auch gentechnisch veränderte, zum Beispiel um die Umweltbedingungen entgegenzuwirken. Also Forschung und Innovation, da gibt es genügend zu tun in der nächsten Zeit, zusätzlich zu dem grundsätzlichen Auftrag zu sagen, wir müssen alles nutzen, was uns zur Verfügung steht. Und dann möchte ich noch ganz zum Schluss ein paar Bücher empfehlen, weil wir sind ja sehr stark geprägt von der Anti-Kernkraft-Bewegung. Es tut sich aber was. Nicht nur in dem Vortrag, den ich jetzt halte, ich hatte ja früher angefangen, indem ich gesagt habe, ich wollte eigentlich nur über das Klima sprechen, aber man kommt nicht drum herum zu sehen, was können wir denn machen, denn wir wollen ja auch das, was die Umweltverbände eigentlich wollen sollten, nämlich eine gute Umwelt, eine gute Erde für unsere Nachkommen zu hinterlassen, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Und da ich jetzt auch Enkelkinder habe, genauso wie James Hansen, der das auch ganz explizit sagt, das ist mit ein Grund, warum er sich so stark in dieser Diskussion engagiert und auch dafür plädiert, dass wir die Optionen Kernkraft nicht weglassen können. Es geht auch um unsere gemeinsame Zukunft und lassen wir uns nicht irgendwelche Optionen ausreden. Nuklear 2.0 von Mark Linus ist ein sehr gutes Buch, den ich empfehlen kann. Er ist schon vor einiger Zeit geschrieben. Er war ja auch schon hier gewesen. Dann gibt es zwei neuere Bücher. Climate Gamble von zwei Finnen, die auch über die Situation des neuen Kernkraftwerks in Finnland sprechen. und auch sehr zu empfehlen, Climate Zero Hour, wo man auch sehr gut nachlesen kann, warum dieser 100% erneuerbare Energien Vision eigentlich eine Illusion ist und was da auch veröffentlicht worden ist, wo die Probleme dort liegen. Also wir können nicht alles auf eine Karte setzen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer das machen will, ob es Florian oder sonst jemand, irgendjemand muss solche Bücher auch auf Deutsch schreiben oder vielleicht übersetzen. Wir brauchen auch mehr Literatur, die eine andere Sicht zeigen, weil wir das mehr denn je heute nötig haben. Womit ich zum Schluss komme. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Es muss Diskussionen geben, bei so einem Tier. Ich glaube, bis ich mein Licht habe noch. Die Lichter? Ja. Ja. Und zunächst danke für die Optimierung der Nuklearkraft. Und dann zwei Kritikpunkte und ein Anschlussbuch. Nämlich, ich halte die 20 Terawatt für 2900 für völlig utopisch und dinosaurisch. Welches? Ne, 20 Terawatt. 20 Terawatt für 2900. Das ist zu niedrig. Viel zu niedrig. Okay. Wenn man sich anschaut, dass Blockchain-Technologien und Crypto-Burns sie jetzt schon verbrauchen und dass man da über die falschen in die Küche gegen die Arbeiten kann, will nicht passieren. Keine Chance. Aber der zweite Punkt ist... Vielleicht gehe ich mal direkt darauf rein. Ich habe ja versucht zu zeigen, wenn die optimistischen Einstellungen von allen Umweltverbänden und so weiter stimmen, selbst dann haben wir ein Problem. Aber ich gebe zu, wir werden wahrscheinlich ein größeres Problem haben. Ja. Der zweite Punkt sind die Tierkraftstoffe. Weil, glaube ich, dass die Furcht vor dem bösen, bösen, geentechnisch verändernden Organismus auch im Weg stehen wird. Also so etwas wie geentechnisch veränderte Algen könnten eine breite Lösung sein. Aber ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zukunft politisch durchfurchtbar ist. Zumindest in Westeuropa. Und durch das kenne ich selber Klimaleugner bzw. Gantrich, ein großer Antibar einer. Und der hat immer wieder die planetäre Albedo durch die Wolken betont. Also ich finde, das bin ich dem schuldig, dass ich diesen Punkt da auch anklinge, dass wir durch Wolken und durch Wolken sehen die Albedo theoretisch erhöhen können und wieder mehr eine normale Absteuerung von der alten Erde. Und ich persönlich glaube auch, und ich war überrascht, dass Sie das nicht erwähnt haben, dass eine Geoengineering in großem Ausmaß eine Inmeldwändigkeit sein wird. Okay. Gut. Ich meine auch beim IPCC ist es ja so, dass auch Geoengineering Optionen mit durchgedacht werden. Zum Beispiel, indem man Aerosole in die obere Atmosphäre bringt. Man weiß nicht, was für Nebenwirkungen das alles haben kann. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber irgendwann wird es vielleicht so weit kommen, dass wir, um die Erde abzukühlen, versuchen, das Albedo zu verändern. Das ist ganz klar. Das kann passieren. Die Frage davor ging um Biokraftstoffe. Okay. Mit Biokraftstoffen. Es gibt schon Forschung in diesem Bereich, auch mit gentechnisch veränderten Alken und Cyanobakterien zum Beispiel. Leider nicht in Europa. Ich meine, es ist ein ganz anderes Problem, dass man sich auch die Frage stellen kann, bezüglich Kernkraft und Solar und vieles andere mehr, dass viele Länder, es gibt für Deutschland auch, ich denke auch für Österreich und viele andere mitteleuropäische Länder, die über viele Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte so eine Ingenieurskunst aufgebaut haben, um viele Dinge zu tun und komplexe Anlagen zu bauen wie Kernkraftwerke. und das heißt, wenn wir auch umsteigen komplett von solchen Anlagen auf Solar und Windkraft, dann brauchen wir auch eine andere Qualität der Qualifikation. Das muss man ja auch sagen. Also das heißt, wir geben auch sehr viel auf, was an Wissen mit hier aufgebaut worden ist und leider gehen wir jetzt in andere Länder. Man sieht in Südkorea, leider hat es da auch durch einen Regierungswechsel Probleme gegeben, aber die haben viele Jahre, die haben auch Kernkraft sehr gut ausbauen können. Aber es gibt eine ganze Menge Fragen, wie man Kernkraftwerke so aufbauen kann, dass sie nicht so teuer werden wie Hinckli oder in Finnland. Und das sind auch Dinge, die wir durchaus mal betrachten müssen. Ich muss mal sagen für den netten Vortrag. Meine Frage bezieht sich auf den Punkt, dass Sie glaube ich in Ihrem Vortrag nicht erwähnt haben, und zwar wie lange haben wir noch Ressourcen für die Kernkraft? Ah, okay, ja. Also da gibt es, je nachdem, zunächst mal, wenn man jetzt nur von Uran ausgeht, also die Frage war, wie lange haben wir die Brennstoffe noch mit Uran und so weiter. Also da spielt auch mit eine Rolle, welche Technologien wir anwenden wollen. Zum Beispiel, ob wir Wiederverarbeitung nutzen, ob wir wirklich den Müll wegtun oder den wiederverwenden. Wenn wir Uran wiederverwenden, haben wir eine wesentlich längere Nutzung. Da können wir auch von 500 oder 1000 Jahren ausgehen. Wenn wir es natürlich alles gleich wegbuddeln, dann haben wir das Problem, wir müssen dann neu Uran mit aus der Erde herausnehmen. Vielleicht gibt es das auch aus den Ozeanen, da gibt es auch einige Vorschläge. Aber neben Uran gibt es ja auch die Möglichkeit, Thorium zu nutzen. Und das ist auch ein Bereich, das für manche Länder wie Indien zum Beispiel, die haben ein sehr hohes Aufkommen an Thorium. Und seitdem sie aber Zugang zu Uran haben, haben sie die Forschung im Bereich Thorium eingestellt. Und da ist auch die Frage, das kann nur passieren, wenn wir wirklich überlegen, eine neue Generation auf dieser Basis aufzubauen und dann auch mit staatlicher Förderung und Investition. Und das wird gerade in Deutschland oder Mitteleuropa sehr, sehr viel schwieriger sein als anders. Aber vielleicht nehmen andere Länder das auf sich. Und eines Tages werden wir vielleicht gezwungen sein, solche Anlagen zu haben. Und dann werden wir sie nicht selbst gebaut haben, sondern werden sie von Südkorea oder China oder Indien importieren müssen. Das ist auch ein langfristiges Programm. Wir können keine solche Kraftwerke in 10 Jahren bauen, sondern das sind mehr als 30 Jahre. Ja, das stimmt. Ich denke, Kernfusion wie viele andere neuere Ansätze. Es gibt ja ganz ausgefallene Ideen, dass man Windkraftwerke in der höheren Atmosphäre macht oder Anlagen auf dem Mond, die dann quasi keine Probleme haben mit der Sonneneinstrahlung, dass man da irgendwie mit so einer Verbindung diese Energie rüber beamt auf die Erde. Es gibt ganz interessante neue Fragen für die Zukunft. Aber ich glaube, das müssen wir parallel betreiben. Das sind Fragen, die wir in der Zukunft beantworten müssen. Aber was tun wir denn eigentlich heute mit den Mitteln, die wir hier haben? Wir haben Hydro, wir haben also Wasserkraft, wir haben die erneuerbaren Energien und wir haben Kernkraftwerke. Der Generation 1 und 2 schon, Generation 3 und dann Generation 4. Es gibt ja viele neuere Generationen von Kernkraftwerken, auch auf der Basis von Uran, die wesentlich sicherer sind, effektiver sind und so weiter. Und da gibt es auch einige Start-ups in den USA und anderswo sogar in Deutschland, die an solchen Dingen arbeiten. Ja, also bezüglich der Verfügbarkeit von steigbaren Material für Kernreaktoren, habe ich nicht so, sagen wir, nicht solche großen Sorgen, denn erstens einmal, kann man ja zum Beispiel auch mit Protonium solche Dinge betreiben. Das Problem ist der politische Wille, das zur Verfügung zu stellen, weil man damit natürlich auch Plutonium sehr gut Kernwaffen bauen kann, ist ein großes Problem. Aber die eigentliche Frage, die ich jetzt habe, ist ganz was anderes, ist die folgende. Nehmen wir einmal an, wir würden komplett auf erneuerbare Energien umsteigen und die erneuerbaren Energien haben ja die Eigenschaft, dass sie sozusagen keine neue Energie erzeugen. Sie wandeln ja nur um von einer Seite in die andere. Die Atomkraft allerdings erzeugt neue Energie, das heißt, die diszipliert das aus Materie. Ist das irgendwie etwas, was man sich auch anschauen müsste, wenn man jetzt wirklich alles aus Atomkraft machen würde, würde man natürlich die Energiebilanz der Erde in die Höhe treiben. Ob das relevant ist oder nicht, weiß ich nicht. Mich interessieren, ob das eine Fragestellung ist. Also ich habe das jetzt, muss ich ganz offen gestehen, nicht selbst ausgerechnet. Wäre eine interessante Frage zu klären. Aber meine erste Schätzung wäre, dass die zusätzliche Energie oder die Aufheizung, die dadurch entsteht, nicht wesentlich etwas ändern wird. Aber das wäre eine Frage, die man durchaus fragen kann. Macht es einen Unterschied 0,01 Grad oder ist es schon in einem höheren Bereich? Das ist, ja, das muss man eventuell mal anschauen. Dazu habe ich im Moment jetzt keine Antwort. Das ist nicht sehr viel. Ich vermute, es wird nicht sehr viel sein. Sonst, ich sag mal so, wenn das so wäre, hätten wir es von den vielen Verbänden, die Antikremenkraft sind, schon längst gehört. Also insofern, das ist der Hauptgrund, warum ich da habe. Und ich glaube, dass es ein Problem ist. Bezüglich Kernfusion. Das ITER-Projekt, was ja momentan im Ort gegriffen ist, wäre das jetzt das 9 plus Ultra quasi für die Energieherstellung, würde das alles halbwertig in den Schatt gestern haben? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich meine, wenn wir das vergleichen mit den Kernkraftwerken der Generation 4, das wirklich so ein großer Vorteil ist. Denn auch dort müssen die Rohstoffe gefunden werden. Also diese Deuterium oder Tritium, was man da sich holen muss, in größeren Mengen. Das ist alles auch noch nicht geklärt. Und ob das dann insgesamt besser wird als bei der Kernkraft mit der vierten Generation und so weiter, ist eine Frage. Es wird aber gebraucht. Es wird gebraucht. Es heißt, man baut was, und man eigentlich gar nicht weiß, wo es eigentlich dann draus wird im Endeffekt? Ja, also die Frage habe ich jetzt nicht, die Zusatzfrage bin ich nicht verstanden. Nein. Wenn man was baut wird, man weiß gar nicht, ob man was draus wird. Grundsätzlich ist es so, Inter ist ja bereits im Bauern im Endeffekt. Das hängt bereits an. Aber man weiß ja eigentlich nicht, was draus wird, weil man ja bestimmte Probleme ja noch gar nicht so wichtig in den Griff bekommen hat. Ja, klar. Ich meine, es wird auch so sein, dass wenn man, egal welche neue Technologie macht, es wird nichts geben ohne Nebenwirkungen. Also da muss man ja dann betrachten, was sind die Nebenwirkungen. Aber ich glaube auch, was man fragen muss, ist der Nutzen dann wirklich so groß? Wann wird es wirklich eine Konkurrenz zur Kernkraft der vierten Generation? Und man sollte nicht sagen, weil die Kernfusion kommt, sollte man sofort auf die Kernspaltung verzichten, weil eben dieser Vergleich sowohl des Nutzens als auch des Risikos nicht da ist. Und ich glaube, wenn wir zur Generation 4 kommen, haben wir eine ganz andere Situation wie mit den heutigen Kernkraftwerken. Aber selbst dann glaube ich, dass es unverantwortlich ist und das ist zumindest meine persönliche Einstellung dazu, heute Kernkraftwerke, die immer noch 20 Jahre laufen können, wie es in Deutschland der Fall ist, abzuschalten. Weil das heißt, dieses wird ersetzt durch Kohle, egal was man sagt, man sieht das auch in den Grafiken. Kernkraft geht runter, Erneuerbare gehen hoch, aber Kohle ändert sich nicht. Und die Emissionen bleiben. Und mit jedem Kernkraftwerk, den man abschaltet, nimmt man mehr Emissionen in Kauf. Und selbst ohne globale Erwerbung sieht man, dass es zu Todesferien führen kann. Also wie dieses Paper gezeigt hat von Hansen und Catera. Es gibt auch eine Studie, eine ähnliche Studie aus Schweden, die auch zeigt, was dort die einzelnen Kernkraftwerke gebracht haben im Sinne der Probenwelt. Zufällig haben wir einen Plasmaphysiker hier. Okay. Ich möchte auch kommentieren, also ITER ist nach wie vor nur zum Beispiel ein Physikexperiment, wo man die grundlegende Plasmaphysik austesten würde, wo man ein brennendes Plasma studieren möchte. Und es geht auch darum, sehr viel Technologie auszuprobieren. Also ITER wird keine Energie produzieren, oder keinen elektrischen Strom. Und das Problem mit der Fusionsforschung ist, sie wird höchstwahrscheinlich, wenn man es im Vortrag gehört hat, wird zu spät kommen. Laut dem World Energy Council wird sich der Energieverbrauch zwischen dem Jahr 2000 und 2100 vervierfachen. Wenn wir jetzt optimistisch sind und sagen, den ersten Kernfusionsreaktor wird es im Jahr 2050 geben, selbst wenn wir 100 pro Jahr bauen würden, weltweit, würden wir diesen Anstieg gar nicht abgefahren können. Also wenn wir auf Fusion warten, warten wir sicher zu. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Das heißt, das ist eigentlich kein Reaktor, wo wir dann sagen, der ist dann fertig und mit dem will ich dann Energie herstellen, sondern es ist mehr so ein Versuchsreaktor. Es geht darum, man hat noch nie der Joint European Thoros, der im Carlem Science Center in England steht, der hat den Weltrekord in Fusionsleistung, der hat 16 Megawatt Fusionsleistung produziert. Aber ich glaube, die Leistung, die man gebraucht hat, um den zu heizen, war zehnmal so hoch. Und ITER soll der erste sein, wo man eine positive Energiebilanz bekommt. Und zum Beispiel, es muss ja in einem Fusionsreaktor, muss das Tritium, also dieser radioaktive Wasserstoff, muss im Prozess erzeugt werden. Und da gibt es verschiedene Ideen, wie man das machen kann, mit verschiedenen Blankets. Und diese drei Haupttechnologien werden dort ausgetestet werden, weil eine Auflage ist ja auch hier, wenn der Reaktor zerstört wird und das komplette radioaktive Inventar nach außen geht, dann darf das Evakuierungsniveau zum Beispiel nicht erreicht werden. Das ist immer so die Wunschvorstellung. Es ist immer ein Physikexperiment und nach ITER soll DEMO kommen und wenn DEMO kommt, das wird der erste DEMO-Reaktor sein. Und hier ist, soweit ich weiß, noch immer offen, ob das dann eine Tocker-Marke wie ITER werden wird oder ein Stellarator wie Wendelschein in Greifswald. Das ist immer so. Okay, das war eigentlich nur so ein Fall. Ja. Ich habe die Frage bezüglich, wenn wir jetzt wirklich mit Kernkraft einen hohen Prozentsatz erreichen würden oder so, gibt es da negative Auswirkungen bezüglich Netzstabilität? Also brauchen wir einen gewissen Prozentsatz an Gaskraftwerken oder Kohlekraftwerken die Netzstabilität zu erhalten? Also, das würde man jetzt bei Kernkraft nicht brauchen. Das erzeugt eine relativ stabile Energie, also die Verfügbarkeit ist sehr häufig bei 90% oder drüber. Also mehr als bei Kohlekraftwerken. Also das erzeugt eine Basislast. Und da kann man eher überlegen, wie, dass man, also wo ich besonders eine Zukunft für Solar sehe, vor allem zum Beispiel ist im häuslichen Bereich, dass man jetzt für die eigene Versorgung im Haus da was macht und so ähnlich. Aber diese großen Probleme mit der Netzstabilität, die sind ja erst gekommen, weil da die Energieerzeugung so instabil ist, weil es von so vielen Faktoren abhängig ist, wie Wind und Sonne und so weiter. Und das ist ein Problem, weshalb auch sehr viel mehr Grundkapazität zur Verfügung gestellt wird. Man muss drei, vier Mal so viel Energie prinzipiell zur Verfügung stellen, um dann die 30% zu erreichen. Das mit Gaskraftwerken ist ganz speziell, hauptsächlich auf erneuerbaren Energien, aufgrund der erneuerbaren Energien braucht man die. Man könnte auch sagen, okay, wir benutzen elektrischen Speicher, aber dann haben wir, das ist noch nicht so weit, wir müssen sehr viel forschen in dem Bereich, und das hat auch Nebenwirkungen bezüglich der Stoffe, die da reingehen und wie man sie erzeugt. Also diese Kombination ist schwierig, weil man Kernkraftwerke nicht so schnell auch hoch- und runterfahren kann. Deswegen nimmt man ja Gaskraftwerke, weil die relativ, auch im Vergleich zu Kohle, schneller reagieren. Das wird dann sehr häufig als Angriff genommen auf Kernkraftwerke oder auch auf Kohle, weil diese Anlagen können nicht so schnell reagieren. Die sind ja eher dafür ausgerichtet, eine Grundlast zu erzeugen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir die Zukunft schauen müssen, was für ein Problem lösen wir in welchen Bereichen, welche Energiequelle ist denn eigentlich oder welche Energieumwandlungsquelle ist denn dann das Beste, was wir haben. Ist es Solar oder Wind oder Hydro? Wo kann man das nutzen? Wo kann man Kernkraftwerke nutzen? Nur, was man nicht tun sollte, ist Kohle, Gas oder Öl zu verwenden. Und wenn man in Zukunft, in bestimmten Bereichen wird man es brauchen, wie zum Beispiel Flugzeuge, da kann man keine Batterien mitnehmen. Also das muss man mit dann hoffentlich einer neuen Generation von Biokraftstoffen irgendwann mal anfeuern. Das heißt aber, glaube ich, irgendeine Frage? Wird beides nach, was ist das Beste? Bei der Art oder durch? Das Problem beim Tokamark ist, dass ein kontinuierlicher Betrieb schwierig ist, weil man ständig für den Stromtrieb sorgen muss. Und das kann man lösen. Und das neigt auch zu Instabilitäten. Also ich finde, der Stellarator ist prinzipiell die elegantere Lösung. Nur das Problem ist, dass die Entwicklung Jahrzehnte zurückkriegt. Also das geht zurück, in Princeton hat man den ersten Senderator gebaut und in Russland eben das Tokamark-Prinzip. Und dadurch, dass der Tokamark so erfolgreich war und relativ hohe Temperaturen erreicht hat, hat man das viel stärker gepusht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit Tokamarks beginnt und vielleicht später auch Senderatoren umsteigt. Und das hängt auch davon auf, wie es in Greifswald läuft. Und die Ziele erreicht werden können. Das ist das Wort und zwar wegen der Klimawandel heute. Und der Physiker Werner Klumpel ist ein Begriff. Er leuchtet zwar nicht den Klimawandel und den Physik, sondern eher das menschliche Zutun, was diesen Behandel verursacht. Wie argumentiert er eigentlich? Also ich kenne seine Argumentation speziell nicht. Aber was viele sagen zum Beispiel ist, in der Erdgeschichte ist es ja meistens so gewesen, dass zunächst einmal die Temperatur angestiegen ist und dann die CO2-Werte. Das wird sehr häufig als Grund genutzt. Aber das ist ja ein gekoppelter Prozess, muss man ja sagen. Wenn das eine steigt, wird das andere mit hoch, sonst geht es sofort wieder runter. Also insofern ist das eines der Argumente, die genutzt werden. Aber wir kennen auch als Gegenargument, auch da gibt es einige Perioden an der Erdgeschichte, wo es umgekehrt war, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass die CO2-Erzeugung zuerst kam, aufgrund eines irgendeines Vorfalls. Und dann ist es das PETR, wenn das Plastocene, EOC und Thermal Maximum da ist. Das ist so ein Fall. Ja. Also wenn ich dazu etwas sagen darf, ich erkenne ja, oder zumindest ein Argument von Werner Kober ist, Grönland behauptet, dass das zur Zeit der Wikinger, oder im frühen Mittelalter tatsächlich grün war, und eisbrei, was man aber nicht gleich damit widerlegen kann, dass da, wenn das wirklich eisbrei gewesen wäre, dann müsste der Meeresspiegel überhaupt nicht höher gewesen sein, weil das Eis wie so, im Fall vom Wasser. Und dann hätte es aber wenig nicht geben können. Ja. Wir wissen, was es gibt. Genau. Also wenn das gesamte Grönland abschmilzt, dann muss der Meeresspiegel steigen. Das auch, das ist das eine, und das andere, so schnell bauen sich auch Erd-Eismassen nicht wieder auf. Genau. Also ich glaube, man glaubt immer, dass Erd-Eismassen sind, aber ich glaube, es ist ein Kilometer im Jahr. Also um so eine Masse aufzubauen, braucht man wirklich ganz, ganz lange. Also das heißt, das reichen drei, vier hunderte Jahre nicht aus. Haben Sie eigentlich einen Einblick in die Risikoanalyse? Ist da in dem Bereich derzeit sich entwickelt? Also gibt es denn die Tendenz, von diesem Vorsorgeprinzip wegzugehen? Oder ist das noch fest verankert? Weil meine Schwester hat erst vor kurzem Zeit mit ihrem Studium noch erklärt, dass wenn die Auswirkung extrem ist, also sagen wir mal super gau-mäßig, dann ist es egal, wie viel Wahrscheinlichkeit der Erd-Eintritts ist, dieses Risiko sei nicht akzeptabel. Ja. Und solange das erst so gelehrt wird, gibt es ja dann eigentlich keinen Abgang. Ja, es ist aus meiner Sicht leider so. Ich meine, wenn wir sagen, ich bin gegen das Vorsorgeprinzip in der jetzigen Form, weil das hat sich immer mehr gesteigert, dass selbst kleine, also es geht nicht um große Risiken, selbst kleine Risiken werden dazu benutzt, um eine Entwicklung zu blockieren. Weil fast alles, was wir tun, gefährlich ist, würde man nichts mehr tun. Also wir müssen weg von dieser, das ist noch nicht in der Diskussion, das müssen wir erst wirklich anstoßen, dass wir sagen, ein richtiges, gutes Vorsorgeprinzip ist, dass wir nicht nur Risiken ausweichen, sondern auch das, was für uns nützlich ist, nutzen. Und erst in diesem Vergleich können wir sagen, hat es sich belohnt oder nicht. Weil das Nichtstun kostet auch etwas. Wissen Sie vielleicht, wie es mit dem Know-how in der Kernenergieforschung ausschaut? In meiner Wahrnehmung war die letzte Hochphase so in den 70er, 80ern. Die Leute sind alle in den Ruhestand gegangen, dann war ja das Thema sehr unpopulär. Hat man das Wissen irgendwie retten können? Kann man auf das aufbauen oder müsste jetzt eine neue Generation an Wissenschaftlerinnen kommen, die das quasi jetzt wieder pusht? Ja, es gibt diese, es gibt auch Berichte darüber, dass eine neue Generation das auch tatsächlich tut, selbst in Deutschland, also in Berlin, gibt es ein Startup, der da mit arbeitet. Es gibt ein Startup, The New Fire in den USA, wo sehr viele enthusiastische Wissenschaftler, die auch wirklich den Klimawandel als das Problem sind, denen sie helfen wollen zu lösen. Es gibt diese neue Generation, aber es gibt auch gleichzeitig Wissenschaftler in Südkorea zum Beispiel, die über 40 Jahre lang daran gearbeitet haben und da ist ein Teil des Wissens mit aufgebaut worden. Wir haben im Bereich Mitteleuropa leider ein bisschen von diesem Wissen verloren. Also dann müssen wir es wieder reinholen von anderswo. Sonst sind wir eines Tages wirklich in der Lage, wo wir das tun müssen. Und dann haben wir nicht die Leute, die das tun. Wir werden sie importieren müssen, zum Beispiel in Südkorea. Auch Russland baut ja weiterhin Kernkraftwerke und verkauft die auch. Wofür ergibt sich ein Einfluss von Methankertrat? Es wird immer wieder von einem Methanschot gesprochen, wenn es nicht an Schellbrändern dann zu warm wird. Also das ist ein tatsächliches Problem, was zu einem solchen Kipppunkt führen kann. Also wenn plötzlich große Mengen Methan in die Luft gehen, wird das ein massives Problem. Das kann man nicht ausschließen, muss ich hier sagen. Das, was wir tun können, ist alles zu tun, damit die globale Erwärmung nicht so schnell vorangeht, wie es bis jetzt geht. Also das ist aber nur eines der Kipppunkte, die passieren können. Es sind auch andere, dass dann große Blöcke aus dem Antarktis abbrechen und dann in die Meeres, ins Meer kommen. Und wenn solche große Schmelzvorgänge passieren auf Grönland oder anderswo, das sind auch, man weiß das auch aus der Erdgeschichte, als Nordamerika und Europa völlig überfroren waren, dass da auch große Masseneis ins Meer gefallen sind und dass das dramatische Auswirkungen hatten. Und da ist das mit dem Klima ein Flip-Flop gewesen. Das erste Mal, wenn sehr viel mehr Eis auf dem Meer ist, dann kann es auch zu einer Abkühlung führen, weil plötzlich mehr Reflektionsmasse da ist. Also es sind sehr viele Effekte, die dort auftreten, aber langfristig heißt es natürlich, die Temperaturen gehen hoch, wenn Eismassen abbrechen. Aber es kann sein auch wiederum, wie es mit dem sogenannten Golfstrom, also diese besonderen Warmenverhältnisse, die wir in Europa haben, dass es selbst bei einem Klimawandel in Europa kälter werden kann. Also in der Welt insgesamt wird es wärmer, aber in Europa wird es kälter. Das ist auch ein Szenario, der durchaus möglich ist. Das ist genau das, was man weiß, welche Emissionen, welche gesundheitlichen Auswirkungen, zum Beispiel Kohlepartikel oder auch andere Schadstoffe, die mit ausgestoßen werden, haben auf die menschliche Gesundheit, was denn die Wahrscheinlichkeit ist, auf die Gesundheit der Menschen. Und das kann man dann hochrechnen, auf wie viele wird es betreffen in diesem Sinne. Es gibt auch so ähnlich, und das macht ja auch Greenpeace, machen viele andere auch mit der Kernkraft, indem sie sagen, was passiert, wenn die Radioaktivität in die ganze Welt verteilt wird. Und dann hängt es sehr stark auch von den Modellen, ob sie stimmen oder nicht. Und hier ist es in Sachen Gesundheitsgefährdung durch Schadstoffe, durch chemische Schadstoffe, die sind viel besser belegt, als niedrige Dosen zum Beispiel, die durch einen Kernkraftunfall passieren, oder eine erhöhte Radioaktivität, wenn man an einem Urlaubsort ist, wenn wir da eine Jahresbelastung haben von 70 oder über 100 Millisievert. Also gibt es tatsächlich konkrete Handwerksfälle? Ja genau, ich meine, es gibt zum Beispiel diesen einen Paper von Hansen und Catera, auf die können Sie lesen zum Beispiel, das wird dann da genau erläutert, wie diese Berechnungen kommen. Aber gibt es nicht noch viel mehr Todesfälle durch den Klimawandel, durch Dürre zum Beispiel, wo viele Leute wohnen? Ja. Da müsste man auch einrechnen. Genau. Also ich habe hier bei diesem Fall ja gesagt, was heute schon passiert, also ohne, dass wir auf den Klimawandel warten müssen. Also das heißt, selbst wenn es keinen Klimawandel gäbe, haben wir ein Problem mit der Kohleverbrennung. Aber das ist ganz klar, wenn jetzt es eine globale Erwärmung gibt, dann kann ich nur empfehlen, Mark Leidner 6 Degrees zu lesen. Was heißt 1 Grad? Was heißt 2 Grad? Was heißt 3 Grad? Da kann man das in Stufen sehen, was da passiert. Und ab 4, 5, 6 Grad, es werden bestimmte Gegenden auf der Erde nicht mehr bewohnbar sein. Also in Afrika kann man evakuieren. Ich glaube, das war schon mal eine lange Diskussion. Oder? Nachher genau. Mich hat nur gewundert, dass niemand die Frage stellt, was mit der Kernwaffenverbreitung ist. Das ist eine Frage, die sehr häufig kommt. Aber das können wir vielleicht nachher erwähnen. Okay. Dann herzlichen Dank, Amadeo. Amadeo ist noch ein bisschen da. Wir haben, glaube ich, in der Galerie oben reserviert, Tische. Also wer sich dann zu uns unterhalten sein, wer sich zu uns setzen will, uns Skeptiker kennenlernen will, mit einem Vortrag noch diskutieren will, und ich bin jetzt herzlich eingeladen. Ich möchte noch hinweisen auf verschiedene Dinge. Also erstens, der Vortrag ist wieder per Video aufgezeichnet worden und wir werden den Vortrag veröffentlichen in unserem YouTube-Kanal Skeptics in the Pub Wien. Der freut sich auch steigender Beliebtheit und vielleicht kommen heute auch ein paar neue Abonnenten dazu. Einfach suchen im YouTube, Skeptics in the Pub Wien. Ja, noch Hinweise auf die nächsten Ausgaben des Skeptics. Also wir gehen jetzt in die Sommerpause mal. Weiter geht's dann am 26. September, das ist auch ein Mittwoch, mit einem Vortrag von Professor Regine Schönlechner von der Universität für Bodenkultur, mit dem Titel Die reinste Chemie – was machen Zusatzstoffe in unserem Essen? Dann am Dienstag, den 16. Oktober, spricht Diplom-Ingenieur Gilbert Hangel von der MedUni Wien über zwischen Elektrosmog und Magnetfeldtherapie, was machen elektromagnetische Felder mit unserem Körper und wie kann uns das schaden oder nutzen? Also Elektrosmog-Thema. Und am Mittwoch, den 14. November, haben wir einen bekannten Mann hier, den Statistiker Erich Neuwirth. Und er spricht natürlich über Statistik, wie man sie gehen und missbrauchen kann. Bei den Skeptics in the Pub diskutieren wir die heißen Themen der Gesellschaft, Wissenschaft und Technik bei einem kühlen Bier. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Damit bin ich am Ende herangekommen. Danke fürs Kommen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und bitte bleibt skeptisch.